Herzlich Willkommen zum Hack the Planet Podcast. Mit Daniel Kirsenpfad vom Schrankmonster-Blog und mit Andreas Heil vom Hack der Blende-Blog. Ja, hallo Daniel. Heute haben wir wieder spannende Themen mitgebracht. Erstmal Neuigkeiten bei uns, Feedback aus der Community. Wir haben jetzt mal Feedback gesammelt und ganz wichtigen Breaking News. Wir machen keine Pausen mehr, weil jedes Mal, wenn wir eine Folge aussetzen, stürzt die Welt ins Chaos und die nächste Krise startet. Ich glaube, wir müssen zukünftig jede Woche eine Sendung machen. Ja, so scheint das zu sein. Jedes Mal, wenn wir irgendwas tun, kommt ein Virus oder anderes Schlimmeres. Ja, mit den Leuten langweiligen zu machen, Blödsinn. Ja, aber wir hatten es gerade schon in der Vorbesprechung so ein bisschen. Ich will mich ja so gar nicht qualifiziert, auch nur irgendeine Aussage zu diesem ganzen Geschehen zu machen. Bin mal gespannt. Also, ich nehme zur Kenntnis, dass das Übel existiert. Und ich kann nicht einteilen, ob das neue Übel schlimmer ist, wie das alte Übel. Ob sich das irgendwie addiert, subtrahiert. Man weiß das nicht. Ich habe jedenfalls kein Gefühl. Kann das nicht einschätzen. Genau. Ich glaube, technologisch habe ich tatsächlich noch eine Sache mitgebracht, die ich eigentlich ganz spannend fand, was die Tage passiert ist. Aber ich fühle mich da auch nicht in der Lage, irgendwie was großartiges zu erzählen. Was ich tatsächlich aktuell empfehlen kann, ist mal wieder der Podcast von Tim Pritlaff, UKW, wer den kennt. Der ist also zusammen mit dem Pavel quasi nahtlos von der Corona-Pandemie, von der Covid-Pandemie in den Ukraine-Krieg reingerutscht. Er hat quasi, also sie haben eine Folge aufgenommen, Ende von der Pandemie. Und die zweite Folge quasi am gleichen Tag für das neue Thema. Die beschäftigten sich damit, glaube ich, recht ausführlich. Ah, die machen jetzt so, okay. Die haben jetzt Kriegsberichterstattung. Na gut, also. Ja, ja, wobei, sie haben gesagt, sie wollen da auch keine News machen oder so erzählen. Die erzählen da einfach nur, was denen so durch den Kopf geht. Ah, das halte ich ja für sehr schwierig. Das eine ist, das eine mit der Corona-Pandemie, da haben sie das, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, meine Frau hat das immer auch gehört und wir haben das beim Waldspaziergang immer ein bisschen mitlaufen lassen. Da haben sie ja wissenschaftliche Daten sozusagen analysiert und ausgewertet, Statistiken ausgewertet. Das ist ja mal irgendwie, das kann ich ja noch nachvollziehen. Ja, aber jetzt, das ist das, ich habe noch keine Folge davon gehört oder auch noch reingehört. Das ist mehr wie Kaffeesatzlesen und jemand sagt und man weiß nicht genau oder was? Also ich meine, das kann doch nur Meinungen mitteilen und. Also ich habe jetzt so die erste Hälfte mal von der ersten Folge angehört. Da ist eher noch so wirklich persönliches Empfinden. Also Bewältigungsstrategien, also ist ja ganz unterschiedlich. Du hast gesagt, du, ja, also in Anführungsstrichen ignorierst das. Kannst du eh nichts dran ändern, wenn ich das mal so sage. Nö, 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 das meine ich gar nicht. Ich habe einfach, ich ignoriere das nicht im Sinne von, dass ich da keine eigene Meinung zu entwickle oder so oder eine eigene Haltung dazu entwickle. Aber mir fällt es schwer, eine Meinung dazu auszudrücken. Ich habe einfach keine ausdrückfähige Meinung. Ich fühle mich nicht berufen, mitzuteilen, mitteilen zu müssen, irgendjemanden, irgendwo, irgendwie. Und mir geht es, um ehrlich zu sein, auch in der Menge der Nachrichten und der schlechten Nachrichten und dieses Doomscrolling, was viele Leute machen, geht es mir schon echt ein bisschen zu weit einfach auch. Also das ist ja ein Skandal nach dem anderen, eine Sache nach der anderen. Und es wird einfach nicht mehr, es kehrt kein anderes Thema mehr ein. Man meint, die Welt dreht sich nur noch da drum. Und ich will das gar, wie gesagt, ich will es überhaupt nicht einsortieren. Ich meine jetzt auch tatsächlich diesen gesamten Themenkomplex, also nicht nur diese letzte Krise, sondern die aktuellste Krise, sondern alle so zusammen. Das ist halt alles schrecklich und da muss jeder ja für sich ableiten, was das für einen selber bedeutet. Aber dass da jetzt mir die Umgebung dabei helfen, mir persönlich dabei helfen könnte, das zu bewältigen, ist, glaube ich, ja nicht. Du hast schon schön gesagt, mit Doomscrolling, also die ist immer schneller, mehr nach mehr Nachrichten und so. Ich mache es ja gerade ein bisschen anders. Also ich nerd mich da teilweise wirklich in die Themen rein. Und liest also auch tatsächlich extrem viel nach über bestimmte Dinge. Aber einfach auch, um quasi zu verstehen, was da passiert. Naja klar, das kann ja auch gesund sein, sich da reinzunehmen. Das hat jeder, wie du sagst, Bewältigungsstrategie. Und da ist so ein Rabbit Hole irgendwie gar nicht so schlecht. Man muss halt aufpassen, dass das sehr… Anstrengend ist. Genau, erst wird es anstrengend und dann wird es gefährlich, weil das hat ja auch einen Einfluss auf die Psyche. Und wenn du dich nur noch mit Sachen beschäftigst, die dich in der Existenz bedrohen, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist für jeden selber. Das muss ja jeder selber wissen, aber ich mache das nicht. Ich beschäftige mich nicht ausschließlich mit Dingen, die meinen Tod bedeuten könnten oder mein Ende. Weil das fühlt sich nicht nach Leben an, wenn ich ehrlich bin, sondern das fühlt sich irgendwie komisch an. Sicherlich gibt es die, ich nehme die zur Kenntnis und ich habe da meine Basis, auf der ich irgendwie Entscheidungen für mich treffe und meine Lieben. Aber ich weiß jetzt nicht, viele Leute, das was ich beobachte, die machen das jetzt in einer exzessiven Art und Weise. Und auch die, die, die Nachrichten selber, die man selber konsumiert, die ich angeboten bekomme, ich sag's mal, ich formulier's mal so. Das scheint mir so sehr von solchen großen Themen, von solchen großen Unheilen, äh, diktiert zu sein aktuell. Ich meine, ist ja, ist ja okay, ne? Passiert ist schlimm und kann und, und so weiter. Aber da fehlt das Maß und es fehlt die Einordnung. Das ist etwas, was mir komplett fehlt. Es fehlt mir komplett die Einordnung. Und wer da mal ein bisschen Kontrastprogramm haben will, da kann ich vielleicht, da kann ich vielleicht mal eine Empfehlung machen. Also nicht zur Meinung empfehlen oder sowas oder irgendwie auf eine Meinung hinweisen. Es geht nicht um die Meinung oder so, sondern es geht einfach nur um die Art des Informationsaustauschs. So eine rein wissenschaftliche Betrachtung kann jeder für sich selber machen. Schaut mal, ähm, eine Abendausgabe von einem beliebigen deutschen Nachrichtenmagazin im Fernsehen. Egal welches, völlig wurscht. Könnt auch zwei machen, ist egal. Und dann schaut euch mal, ähm, äh, ein amerikanisches Fernsehen. Das ist ja relativ einfach zu kriegen oder Washington oder weiß der Teufel welchen Kanal ihr wollt, Fox von mir aus. Und dann schaut euch mal einen japanischen Sender an, NHK zum Beispiel. Einfach nur mal als Kontrastprogramm. Und dann, und dann versucht mal für euch einzuschätzen, die sind alles unterschiedliche Kulturkreise, das sind alles unterschiedliche Bedürfnisse und Ängste, die die haben. Und einfach nur mal, wie die Reporter ihre Arbeit machen. Wie die Journalisten ihre Arbeit machen. Ob, ob man da, ob ihr dann den Unterschied seht. Ich lasse mal einfach offen, was ich für mich da sehe. Naja, muss, muss jeder, jeder für sich quasi herausfinden. Die, die US- und Deutschlandgeschichte, die kenne ich ja durch das Reißen früher viel. Wo du ja echt teilweise am gleichen Tag oder Zeitabstand von ein, zwei Tagen die gleichen Nachrichten oder identischen Nachrichten gesehen hast, aber komplett anders aufbereitet. Also mit ganz anderem Fokus und wie Tag und Nacht. Ja. Was mir halt wirklich fehlt, und da kann ich ja vielleicht mal die, die in Richtung Zuhörer, Community, Kommentare schielen, mir fehlt eine Berichterstattung. Also wo wirklich einzig und allein berichtet wird. Wir haben das festgestellt, das ist belegt, Ende. Keine Meinung, keine irgendwas, wenn, dann vielleicht noch eine Einordnung, also eine rein wissenschaftlich betrachtete Einordnung, so wissenschaftliche Nachrichten, das wäre mir mal lieb, weil alles andere habe ich im Moment einfach rausgefiltert bei mir auch, wo ich mir denke, das hat keinen, das macht keinen Zutrag mehr zu meinem Informationsspiegel. Das macht nur Rauschen, da ist die Signalrauschabstand einfach schlecht. Und der wird für mich irgendwie, auch auf Twitter zum Beispiel, was ich da, was ich ja jetzt in den ersten Tagen dieser neuerlichen Krise da alles weggeblockt habe, damit da wenigstens halbwegs irgendwie noch eine Normalität, andere Themen, die tatsächlich mein Leben bestimmen, übrig bleiben. Und, ich meine, ja, da gibt es halt wirklich, also, wenn man sich das wirklich so geben würde, dann würde man ja aus dem, da hätte ich ja noch weniger Haare am Vorderkopf, dann würde ich die ganze Zeit mir ins Gesicht schlagen. Genau. Hast du den Apple-Event mitbekommen? Also, ich muss sagen, ich hatte jetzt so nicht allzu viel Lust, mir den anzuschauen, aber hat bei mir ja noch andere Gründe. Mal wieder der Klassiker. Deswegen waren wir übrigens auch, was man, ein, zwei Sendungen verpasst oder zwei Wochen verpasst. Wir hatten ja ursprünglich eine, können wir kurz erzählen, eine Folge geplant mit dem Philipp von der Nerdbude, von Klick-Klack-Hack-Podcast und hatten schon einen Termin. Und dann sind meine Kinder krank geworden, quasi beide gleichzeitig. Und die mussten wir erstmal auskurieren und dann hatten wir in der Kita Covid-19-Fälle. Also nicht unsere Kinder zum Glück, aber immer dann mit, also logistischen, also alle, die Kinder haben, die kennen dann die Problematik. Du darfst, jeden Tag muss getestet werden. Du fährst in einem Testzentrum, gerade wenn du auf dem Land wohnst, also morgens vor der Kita und vor dem Arbeiten musst du die Kinder noch, also zwei Kinder, das ist schon schwierig genug in einem bestimmten Alter, diese ins Auto zu verfrachten morgens und dann noch an eine Teststation zu fahren. Also das ist so für einen Technologiemenschen wie mich, das ist eine komplett neue Herausforderung. Das ist irre. Und da bist du schon fertig. Also die zwei Wochen, die waren da schon anstrengend. Und ja, da sind wir froh, dass es geklappt hat. Und dann habe ich, im Prinzip war ich auch fix und fertig und hatte auch nicht wirklich mehr Lust auf den Apple-Event. Ich habe es ein bisschen, wie du sagst, auf Twitter mitverfolgt, also neue Chips und was gab es noch wirklich? iPhone grün? Ist das für mich ein Kaufargument? Weniger? Ja, eigentlich nur neue Chips, neue Services, irgendwelche Sachen, die einen nicht interessieren mit irgendwelchen Filmen. Das habe ich, da war ich noch gar nicht im Raum, als das losgegangen ist. Okay. Mein Meeting, was ich vorher hatte, kurz bis auf Anschlag, das ist da noch ein bisschen übergelaufen. Ja, aber die neuen Chips, also das sind jetzt, in dem iPad ist jetzt dieser M1 auch drin, in diesem iPad Air. Ich meine, alles absehbar. Die packen jetzt überall ihre eigenen Chips rein und das ist ja auch ganz vernünftig. Das Ding ist ja auch ein Brecher, dieser Chip. Also, ich habe jetzt, in kürzester Zeit haben wir hier halt zwei Geräte und das sind auch die, die wir, meine Frau und ich mit am häufigsten verwenden, umgerüstet auf diese M1 Macs, einen M1 MacBook Air und einen iPad Pro und diese Chips sind der Kracher. Ist wirklich so krass ein Unterschied zur... Also Max Out hat sich den Unterschied. Ja, also der... Ich habe ja so einen, irgendwann mal 2015, so einen iMac Retina 5K gekauft mit irgend so 8 Kerne, super Grafikkarte, irgendwas, hast du nicht gesehen, unten rechts Gerät, oben rechts, keine Ahnung. Und das Teil lüftet und macht und tut und rendert Videos und das ist exakt identisch schnell wie ein MacBook Air mit M1. Okay. Bei derselben Menge Videos, also bei derselben Menge Spuren, Videospuren und rendert genauso, ne, sogar ein bisschen schneller raus in DaVinci und lüftet halt nicht, ne? Läuft halt von Akku, steht halt daneben, läuft von Akku und sagt, ja, ach da, Akku 6 Stunden, 8 Stunden, kein Thema. Während der iMac am Brüllen ist. Und da fragst du dich dann halt schon. Irgendwie ist das effizienter. Und die haben jetzt ja, also das ist glaube ich das Einzige, was ich mitgenommen habe, die haben ja nur vorgestellt, ihr M1-Chip, den kann man irgendwie, da kann man zwei nehmen, die kann man zusammenkneten über einen Interconnect, On-Chip-Interconnect und dann hast du irgendeine Ultra-Version davon und die bricht dann die Effizienz auf von so Desktop-CPUs. Also sie haben einfach die größte Desktop-CPU genommen, die Intel hat und haben das Ding dagegen gemessen und dann kommt halt raus, der Intel braucht mehr Strom und ist langsamer und dann haben sie die größte Desktop-Grafikkarte genommen, so eine NVIDIA 3090 und haben gesagt, so, ja, das ist halt schneller wie die. Ende der Geschichte. Ist nicht ganz so fair, ne, weil läuft nicht dieselbe Software drauf, also das muss man ja schon sagen, also die haben das jetzt nicht mit Linux getestet oder so, wo man sagen, oder Linux läuft ja eh nicht auf den M1, also läuft, aber ihr wisst, was ich meine. Pass mal auf, 2099 Euro, 98 Cent. Ist die günstigste. Nicht die Ultra-Version drin, ist die günstigste, die ich gefunden habe. Genau, also ist nicht mit dem Doppel-Chip drin. Achso, du meinst NVIDIA, die Grafikkarte? Die 3090, wo du gerade gesagt hast, ist aber die, ist gleich nicht. Aber die ist ja nur jetzt, zeitlich, aktuell ist die ja nur so teuer, da gibt es ja keinen Technikspot für, außer, oh, oh, da, Achtung, Gigabyte GeForce RTX 3090 Akorus Extreme, 24G, 4.934 Euro. Ja, 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 ich habe gestern auch geguckt, ob ich, ob ich irgendeine, wegen Grafikkarten geguckt und hatte wegen CAD-Grafikkarten geschaut, da gibt es ja diese Quadro-Dinger da, die X-Quadro hast du nicht gesehen und da ist ja auch mal direkt, weil anderer Treiber und ein bisschen andere Firmware und schon hast du dasselbe Chip oder sogar einen älteren Chip für einfach das Doppelte irgendwo liegen. Also, das ist halt schon, da muss man sich dann schon überlegen. Die Grafikkartenpreise aktuell sind, glaube ich, Quatsch. Also, es gibt Menschen, die das bezahlen scheinbar, richtig nachvollziehen kann ich das nicht. Also, weil du das sagst, als ich hier den Rechner bekommen hatte, es gab ja wirklich keine Grafikkarten und ich habe genau so eine drinstecken, so eine Nvidia, so eine Quadro, so eine CAD-Karte, die hat hinten drei Mini-Display-Ausgänge und die hat 80 Euro gekostet, die kann jetzt nicht viel, also es ist jetzt keine Hardcore-Gamer-Karte, aber hat eben den Chipsatz für M-Wang, also kann kodieren, Videos kodieren, war die einzigste, die es damals gab und die läuft wunderbar, ne? Ja. Für ein Hundertstel vom Preis. Ja, das ist ja sowieso alles wieder relativ zu sehen. Es gibt jetzt neue AMD-Chips mit diesem neuen RDNA-Grafik-Chip da drauf, also es ist ja nicht neu, sondern es ist ja in der Playstation und in der Xbox drin und der Playstation 5 und der, ich weiß gar nicht, wie das Ding jetzt heißt, das aktuelle Xbox Series X, keine Ahnung, wer sich diese Namung bei Microsoft ausdenkt. Und da ist dieselbe, derselbe Grafik-Chip ist jetzt auf so einem Embedded, also Embedded auf die CPU von so einem Horizon-Prozessor da von AMD und die ist wohl flott. Okay. Ich suche ja die ganze Zeit noch für GTA RP irgendwie so eine Kiste, die halbwegs bezahlbar ist, weil ich will halt nur das Mindeste dafür ausgehen, weil das ist halt eine Lustigung für mich. Und da bin ich einfach nicht bereit, so viel Geld auf den Tisch zu legen. Ich bin einfach disreut. Ja klar. Weil du ja in der Namensgebung gerade gesagt hast. Ich glaube, das sind die gleichen Menschen, die .NET bei den Namen. Ja. Also .NET. Also .NET. Zwei Sachen habe ich gelernt, habe ich wirklich schwerlich gemerkt, gelernt. Also ich habe eine Aufgabe rausgegeben bei meinen letzten Kursen, die sollten was programmieren, haben viele eben .NET genommen. Du kannst dich wahrscheinlich noch daran erinnern, also .NET war mal super, du konntest alles parallel installieren und es hat einfach funktioniert. Ja. Und ich habe Abgaben bekommen, also sehr viel mit .NET und Blazor und ach herrje, ich saß da und habe diese Project-Files editiert und Dependencies installiert. Also nächtelang saß ich da dran und die Framework-Version und dann die richtige Dependency und dann hast du die falsche Version von Nougat drauf gehabt. Also es macht aktuell keinen Spaß. Also das Ziel ist ja, dass das Framework vereinheitlicht wird, also das Core und der Standard ja zusammenkommt. Ich hoffe, das kriegen sie mal dann bald hin, weil es ist echt… Aber es gibt ja schon zwei Standards, das ist ja das nächste Problem. Es gibt ja nicht den einen, sondern es gibt ja den alten .NET Framework und dann unter dem .NET Framework spaltet sich dann ja das neue Zeug da auf, also das .NET Core und .NET. Also es gibt ja .NET Core und .NET 5. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und ich dachte, das soll wieder in den .NET Standard reinlaufen. Also es gibt… Weiß ich nicht, gibt es einen .NET Standard? Es gibt… Also das ist dieser .NET 5. .NET Standard. Ach so, das könnte natürlich sein, ich beobachte das nicht so stark, aber die… Also es war punktuell bei mir wirklich nur wegen den… Ich packe die Wikipedia-Seite mal mit rein, die ist nämlich sehr umfangreich, was das Thema angeht. Ja, ja, mach das. Aber ich saß da auch den ersten Abend da und hab… Und dann ja mit vielen Minor-Numbers und… Also es ist nicht einfach aktuell und gerade wenn du es mal punktuell brauchst. Naja, das Versprechen war ja, was du gemeint hast mit den DLLs, mit den Versionen parallel ins Sinne, das war die DLL-Hölle zu lösen. Da habe ich auch verlinkt, da gibt es tatsächlich einen Wikipedia-Artikel zu. DLL-Hölle. Also die, sag ich mal, die jüngere Generation kennt das auch gar nicht mehr, aber früher, weiß nicht, ob du das auch gemacht hast unter Windows, hat öfters mal hingehen müssen und bestimmte DLL-Dateien im Windows-System-Verzeichnis austauschen, je nachdem welches Programm du gestartet hast. Weil eben von, ich glaube, was war das damals, von C, von Virtual Thief, VC, irgendwas, DLL, hast du mal die und dann mal die andere gebraucht. Und die musst du halt eben in System 32 liegen. Ja, ja, oder die richtige Win-Sock-DLL an der richtigen Stelle. Dann hast du die Dinger immer umbenannt, je nachdem welches Programm du gestartet hast. Also war alles kein Spaß, wurde besser, aber mit der Benammlung. Ich glaube, jemand, der da tagtäglich drin ist, der hatte auch gar kein Problem damit. Aber sie ziehen da, finde ich, momentan für eine Namensgebung, momentan absolut gleich mit Java. Das ist ja für mich momentan eine ähnliche Problematik. Hast du 8, 17, keine Ahnung, ne? Ja, die Versionierung ist komplett out of hand. Also das ist, keine Ahnung. Also die haben da echt die Kontrolle über ihre Versionen da verloren, habe ich das Gefühl. Das ist ja auch nicht mehr kommunizierbar, wenn du mich fragst. Also wenn du da wirklich mal zwei Monate nicht hinguckst, dann ist da ja schon wieder alles anders. Und das ist ja alles. Ich habe das semesterweise eben mit den Frameworks. Und wir haben auch, jedes Semester kommt die Frage rein, was ist denn jetzt das aktuelle Java-Framework, was wir verwenden? Das reine aktuelle. Das ist, ja. Ja, spaßig die ganze Geschichte. Mal gucken, wo es hinführt. Versionierung ist da, ja, ist absolut überschätzt. Überschätzt. Wir verlinken mal, jetzt muss ich mal, wie, semver.org, ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drin hatten. Semantic Versioning. Semantic Versioning 2.0. Da drin ist eigentlich beschrieben, wie du, also das semantisch, also mit Bedeutung, Versionierung betreiben kannst, also Major, Minor, was du quasi reinpackst. Da ist ein Bakus-Nauer-Form, ist da beschrieben, wie das aufgebaut ist. Und die Bakus-Nauer-Form sieht eigentlich schlimmer aus, als das ganze Ding ist. Wenn man sich die Beispiele anschaut, ist es absolut intuitiv. Wie bei allem, es ist nur wichtig, dass du dich da dran hältst, ja, also konsequent das durchführen. Und damit kann man recht gut, recht gut arbeiten. Also ich verwende das für, auch für Dokumente. Bakus-Nauer-Form, oh, das ist aber auch schon so ein Tipp auf den Hut, ne? In die Akademie. Es ist halt formal beschrieben, was eigentlich da drin, was da drin stehen darf. Genau. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr das da hingeschrieben habt. Aber Semantic-Versioning ist ein guter Tipp, ist ein sehr guter Tipp. Ja. Mir ist gerade noch durch den Kopf gegangen, dass diese ganze DLL-Hölle, da gab es ja diesen Entwurf von .NET, also wie die das gelöst haben. Ja. Dass du den Framework und die Höllen halt schön, die Höllen, einfach versionierte Höllen hast, so könnte man sagen. Und es gibt ja den Gegenentwurf, ne? Wenn man es mal so recht betrachtet, der sich jetzt ein bisschen mehr durchgesetzt hat fast. Weil Docker ist ja nichts anderes, ne? Du nimmst, bringst einfach deine ganzen DLLs mit, die du brauchst. Dann wäre jedes Programm oder diese neuen App-Packages, die es da gibt, hier Snap und wie die alle Dinger alle heißen, die bringen ja dann immer den ganzen Kladderadatsch hinten Huckepack. Aber macht das auch nicht einfacher. Ich kriege jedes Mal Schweißausbrüche, wenn zum Beispiel ich eine Abgabe mit Node bekomme und dann NPM starte und dann einen Tag später die Aufgabe korrigieren kann. Ja, wenn überhaupt, weil das Zeug, dann hast du die falsche Version von Node und dann ist eine Library von dem NPM und dann nimmst du nicht den NPM, sondern den Jahren, um die ganzen Dependencies zu managen. Oh, und es ist ein Graus. Wie oft ich bei Softwareentwicklung hier Lucky V und so, wie oft ich da irgendwelche Konflikte habe wegen sowas. Aber da kann ich, also tatsächlich, was mir am Ende geholfen hat, war dann NVM, also der Node Version Manager. Da kannst du quasi, also auch unter Windows funktioniert das Ding super, da kannst du auf der Konsole die Version von Node von Node on the fly ändern. Tolle Geschichte. Kannst also gucken, was läuft gerade und kannst es dann auf die andere Version umstellen mit einem Befehl und kannst dann direkt weitermachen. Ach so, der schaltet aber nur Node um. Der schaltet nicht meine ganzen Libraries und so auch um, weil das ist ja das nächste Problem. Du hast ja dann teilweise Libraries, die werden dann inkompatibel mit einer Node Version und brauchen dann eine spezielle. So, das Umschalten, das ist quasi die einfachste Übung, die das Ding, diese NVM macht. Kann der auch meine Libraries mit dann gleich umhängen? Da müssen wir jetzt einen NVM Experten fragen. Aber ich habe... Das war das letzte Mal, haben wir das doch auch gehabt. Da haben wir ja auch so einen NVM Beispiel, da hier sozusagen direkt in der Sendung noch gestartet und habe mir den Node Package Manager installieren lassen, was er braucht. Da hatte ich gleich 700 Megabyte oder so zusammen. Also bei NPM, ich weiß es tatsächlich nicht. Bei .NET, ich hatte aber so ein ähnliches Problem bei .NET und zwar hatte ich immer die, also bei diesen Abgaben, Framework installiert und dann ging das halt nicht und wirklich sehr, sehr ominöse Fehlermeldungen, wo du nicht schlau wirst. Eine sehr gute Fehlermeldung ist tatsächlich, wenn kommt, das Framework ist nicht installiert, dann bekommst du also auch auf dem Command Prompt einen Link, um das zu installieren. Das ist eine tolle Geschichte. Bei .NET, ne? Bei .NET, genau. Aber die Paket, also Paketmanager war tatsächlich die Hölle. Und den Trick, den es da gibt, ist .NET Restore als Befehl, der dann abhängig davon, was in der Projektdatei steht, diese ganzen Abhängigkeiten wieder baut und das rufst du einfach direkt am Anfang auf. Dann installiert der dir die Pakete oder holt die runter. Keine Ahnung. Also da habe ich mich dann wirklich nicht mehr reingenördet. Das hat einfach nur funktionieren müssen. Das hat dann auch ganz gut geklappt. Und das, weiß nicht, ob das bei NVM oder bei Node dann auch so ein Ding gibt. Weiß nicht, Rebuild oder so? Keine Ahnung. Ja, ja, doch. Das gibt es. Es gibt, dass du das alles einmal neu initialisierst. Aber das, also Erfahrung von mir ist, funktioniert nur so semi gut. Ja, aber das mit dem .NET, da gibt es ja mittlerweile, ich habe ja jetzt mehrere solche Windows-Applikationen auf .NET basierend und so ein Zeug gebaut. Da gibt es mittlerweile in Visual Studio echt coole Methoden, um deine Applikationen zu packen. Also zusammen zu packen. Und da hast du dann echt alle möglichen Optionen. So bis dahin, dass du das Ding nativ kompilierst. Und dann statisch links, dann hast du quasi am Ende eine .exe-Datei und die braucht nichts, um zu funktionieren. Okay. Es ist einfach alles drin. Auf dem Label von einem Java-Jar-File. Nee. Wo alles drin ist. Nee, es ist eine kompilierte x86- oder x64-Applikation. Also da ist nichts mehr mit .NET drin, sondern das ist fertig rauskompiliert in Maschinencode. Es gibt auch dieses Jar, diese Jar-Ebene gibt es auch. Du kannst auch sagen, ich hätte gerne, dass das ein .NET-Programm bleibt, aber pack mir trotzdem alles in eine, in eine .exe-Datei rein. Und dann sind da alle Libraries drin, in dieser, also alle Teile, die du linkst, werden damit reingepackt in die .exe-Datei. Mhm. Und du kannst dann sogar auswählen, möchtest du gerne den .NET-Framework damit reinhaben? Also der packt dir den dann auch mit in die .exe-Datei rein. Das ist halt eine 50-Megabyte-Datei. Oder willst du, dass der das nachinstalliert? Und dann ist beim ersten Starten, kommt dann ein Fenster hoch und dann sagt er so, hey, hier gibt's den .NET-Framework. Willst du ihn schnell installieren? Dann bringt er sogar einen Installer mit. Also der ruft den, der lädt das dann an der richtigen Stelle runter. Du musst echt eigentlich nichts mehr machen. Das ist wirklich richtig cool. Also das, das haben sie gut gelöst. Wie ich finde, besser als bei Java. Weil bei Oracle, ich weiß nicht, wie dir das da immer geht, aber du musst, muss man da immer noch, es ist schon ein bisschen her, dass ich es runtergeladen habe. Muss man da immer noch diese vielen Lizenzbedingungen abnicken, bevor man das runterladen darf? Und einen Oracle-Account haben? Bei, ich glaube, das SDK brauchst du tatsächlich diesen Account und für die JRE, also für die Runtime-Environment, die kannst du so installieren. Ah, okay. Glaube ich war das, so war das beim letzten Mal. Ja, diese Trennung gibt's ja mittlerweile bei .NET auch. Boah. Genau. Also, es ist tatsächlich aktuell, also gefühlt, das Gleiche, und macht's halt zweimal so kompliziert, finde ich. Nichtsdestotrotz, es funktioniert in den meisten Fällen. Aber wie gesagt, was hab ich jetzt drauf? Eine Node, .NET und Java, dass man die Sachen alle ans Laufen bekommt. Hm. Gut, gehen wir mal zu den Community-Feedback-Sachen, oder? Ja, genau, wir haben halt das ganze Community-Feedback gesammelt, und wir hatten nach der letzten Folge haben wir so ein bisschen Feedback bekommen, Feedback bekommen, bezüglich der Soundqualität, da hat uns Jamaan geschrieben, zu viel Bass und zu Leise. Recht hat er. Und ich hab das erstmal, genau, also recht hat er-schräg-sie. Ich hab das, ich hab's auch erstmal kommentiert und hat gesagt, also ist mir jetzt auch gar nicht aufgefallen, aber wir haben gerade drüber gesprochen, ne, ich hör das Ding ja, oder meistens Podcast, entweder direkt auf dem Telefon, also iPhone-Lautsprecher, der ja qualitativ jetzt noch nicht der beste Lautsprecher ist. Vor allem bassseitig ist der sehr moderat. Oder, oder halt mit den iPhone-Kopfhörern, und die sind jetzt auch nicht so bassig, ne, und ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen, und dann bin ich letztens mit dem Auto gefahren und hab unseren Podcast angeschaltet, genau die Episode, und hab gedacht, ich versteh kein Wort, das ist alles so, es tut mir leid, es tut uns leid, ich glaube, ich meine, ich weiß, woran es gelegen haben könnte. Und ich hab die Folge einmal neu gerendert, und wenn ihr sie jetzt nochmal downloadet, dann sollte das zumindest, also dann solltet ihr meinen Versuch sehen, hören, es zu verbessern. Ich werd auch, ich werd dann später nochmal die, die Episoden-Hashes in den Potluff neu generieren, ich glaub, das verursacht dann, dass es auf jeden Fall neu geladen wird, für die, die sich das nochmal haben. Ah, okay, das hab ich ja gar nicht mitgerechnet, dass das Ding ja gleich irgendwie, okay. Aber das kriegen wir alles hin, das ist gar kein Problem, aber vielen Dank für das Feedback, also wäre mir gar nicht aufgefallen, wie gesagt, weil ich, du hast immer so mit, so unterwegs, mit Halbkarten-Kopfhörern quasi. Ich bin ja aktuell, ich glaub, ich werd demnächst mal noch ein bisschen berichten, weil ich bin auf der Suche nach neuen Kopfhörern, die einen Lightning-Stecker haben. Ehrlich? Irgendwie, ja, ja, weil irgendwie sind meine ganzen iPhone-Kopfhörer abhandengekommen. Hab ich schon mal erwähnt, ich hab zwei Kinder, keine Ahnung, wo die vergraben sind, sind alle weg. Und warum speziell mit Kabeln? Alternativ gäbe es dann wir quasi, ich stecke mir so Funkdinger in den Kopf rein. Da, da konnte ich mich noch nicht so wirklich durchringen. Ich weiß, es ist total in und hip und machen alle, aber das, das eine ist, ich hab schon wieder ein Gerät, was ich aufladen muss und ich bin tatsächlich aktuell froh, wenn ich schaffe, Handy und Uhr immer aufgeladen zu haben oder Telefon und Uhr immer aufgeladen zu haben. und dann bin ich immer noch nicht so davon überzeugt, ob ich ein Bluetooth-Ding wirklich in meinen Kopf reinstecken will. Aber, ist jetzt vielleicht auch unbegründet, aber hab ich mich noch nicht wirklich so damit beschäftigt, auch nicht mit der Laufzeit, etc. Ich weiß, die steckst eigentlich in die Ladedinger und die müssen ja in Sekunden schneller aufgeladen sein. und ich hab noch ein anderes Ding, also ich hatte die noch nie Kopfhörer ohne Kabel an und ich hab tatsächlich das Problem, rein anatomisch, die meisten in ihr Kopfhörer, die ich verwende, die fallen bei mir wieder raus und so Kopfhörer, kennen Sie die mit diesen Gummistöpseln, die so luftdicht abschließen? Ja. Kann ich gar nicht. Also, geht bei mir irgendwie gar nicht. Achso, du kannst so In-Ears, dann sind die nicht gut für dich, also kannst du nicht, weil dir dann schwindelig wird, oder? Ganz komisch, also kann ich noch nicht mehr wirklich erklären, aber ich kann das Zeug bei mir nicht drin behalten, also im Ohr. Ich hab mal so Thermoschaum, also kannst du dich physikalisch nicht im Ohr halten, oder? Die Gummidinger da, diese luftdicht abschließen, ich mag die einfach nicht. Das ist tatsächlich so, das kann ich von so verstehen. Subjektiv. Und die meisten Kopfhörer von der Form oder auch die so Schaumstoff haben, die plumpsen echt raus, immer ein riesiges Problem. Und viele mögen jetzt diese aktuellen iPhone-Kopfhörer gar nicht von der Form und die passen bei mir super. Die stecke ich ins Ohr rein und ich kann einen Handstand machen, die bleiben da drin und die stören auch nicht. Es sind halt alle unterschiedlich, die Ohren. Ich hab nur letztes Mal gesehen, man kann sich so Kopfhörer gießen lassen, also die machen dann einen Abdruck und dann kann sie dir für viel Geld so Kopfhörer gießen lassen. Es gibt noch eine Alternativvariante, die hab ich gemacht. Weil mir sind die Dinger, egal welchen Kopfhörer ich genommen hab, die sind mir immer beim Joggen rausgeflogen. Und es gibt so Memory-Schaum, Memory-Foam-Zeug in der Form von solchen Kopfhörern und die gibt es relativ standardisiert, auch für alle möglichen in ihr Kopfhörer. Und das Zeug hab ich hier gekauft, kostet nicht viel, steckst du drauf, ist sozusagen die billigere Form des Abformens, die billigere Variante des Abformens. Und das hat dann bewirkt, dass die Dinger in meinen Ohren drin waren, egal wie weit ich gereift bin. Und die sind super. Aber das ist natürlich dann der Maximalabschluss, weil die sind ja wirklich, die steckst du dir in die Ohren und dann werden die ein bisschen größer, drücken nicht oder so, aber sind dann halt fest. Und dann nimmst du den Kopfhörer da drin und da ist dann Körperschall und das, was du gerade meinst, ist dann halt Maximum auf elf gedreht. Okay. Aber wenn du da empfindlich bist, das ist natürlich, ja. Ja, muss ich mich als outen, aber Kopfhörer ist bei mir schon immer. Das aber auch bei Over-Ear-Kopfhörer. Manche kann ich da ohne Probleme tragen und manche nerven mich total. Es gibt ja Menschen, denen ist es komplett egal, was die auf und in den Ohren stecken, was Kopfhörer angeht. Aber, nee, gar nicht. Und ich komme ja noch aus der Generation Walkman und Discman, das kennen ja wahrscheinlich viele gar nicht. Mit den hässlichen Schaumstoffdingern, die immer abgegangen sind. diese Metallbügel, wo du dann so einen Schaumstoffring auf dem Ohr hattest. Leute, also die, die es nicht kennen, Walkmans, da hat man früher Magnetbänder mit sich rumgetragen. Mit sich rumgetragen. Ja. Und irgendwann hat man gewechselt zum Discman, da hat man dann quasi einen tragbaren, ja, Laser-Klasse-1-Gerät mit sich dabei gehabt. Klingt gut. Klingt super, liebe Schreie. Da stand doch immer drauf, Vorsicht, Gefahr, Laser-Klasse-1, nicht in die Augen lasern oder so. Ein Unding, das war ja immer, also meiner war damals so ein Sony, ich hatte zwei Walkmans insgesamt und einen Discman, die haben relativ lange gehalten, nee, zwei Discmans, die, ich meine, war schon cool und ich weiß noch, der Zwo oder nee, den ersten, den ich hatte, der hatte auch dann so Schockabsorb, also wenn du, das war natürlich nur das Problem bei Discman, wenn du Fahrrad gefahren bist oder gejoggt bist, wenn du, über, also wenn es holprig wurde, dann ist ja die Disc gesprungen, wie man sich das so bei der Schaltplatten vorstellen kann und die, den allerersten, den ich hatte, da, da war das permanent bis der Speicher billig genug war. Ja, und dann kam so der allererste mit Puffer und das waren ja damals auch noch die Zeiten, wo du auch die andere Richtung Probleme hattest, wenn du CD selber geschrieben hattest, der berüchtigte Buffer-Underflow, wenn da ein Schreibpuffer leer war und die, der Rolling dann, und die waren ja damals noch richtig teuer, der CD-Rolling dann im Eimer war. Oh ja. Alles Probleme, das kennst du heute gar nicht mehr, ja. Ja, zum Glück. Es wäre ja schlimm, wenn das immer noch aktuell ist. Ja, aber wenn wir schon bei Speicher sind, da gab es noch einen Kommentar von Hans Müller auf YouTube. Der hat ja einmal so zwei, drei Episoden durchkommentiert und kann sich noch erinnern, das war Episode 28, da hatten wir mal drüber gesprochen, über dieses Gerät, wo du quasi ein Netzlaufwerk, als lokales Laufwerk, genau das. Rückwärts, eine SD-Karte, einen Speicher rückwärts. Und da hast du gemeint, habt ihr schon mal eine Wi-Fi-SD-Karte probiert? Oder habt ihr eine? Dachte ich, eine Wi-Fi-SD-Karte? Hast du sowas? Meine Frau hat sowas und setzt sowas. Ich weiß gar nicht, ob sie das noch aktiv einsetzt, das Ding, aber die ganzen Kameras und so haben ja mittlerweile WLAN eingebaut und das funktioniert irgendwie ganz schrecklich, ist alles ganz furchtbar, wenn ich das richtig erinnere. Diese SD-Karten, die es da gibt, die sind nicht besonders klug. Also das System, was da drauf ist, ist jetzt nicht so, als hätte man da irgendeine Art von User-Interface, wo man was mounten könnte oder so. Also das wird mit denen, die mir bekannt sind, würde das nicht funktionieren. Ist halt die Frage, ob sowas in dem Format, in der Form überhaupt geben kann, so groß wie eine SD-Karte, ist schon echt krass. Das würde jetzt bei einer PlayStation zum Beispiel ja auch nicht helfen. Also ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, ich habe da nicht wirklich was gefunden. Also lieber Hans Möller, wenn du da wirklich was kennst, dann gerne nochmal Bescheid. Oh ja, das wäre schon nicht schlecht. Dann Tesla. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas gehen könnte. Genug Strom ist da, die Dinger haben eh WLAN und da muss ja auch irgendeine Art von Betriebssystem drauf sein. Ist halt die Frage, wie viel Platz ist auf den Dingern noch? Also ist es schon die Miniaturisierung? Miniaturisierte Version. Das ist ja ganz schön schwer. Verkleinerte Version? Ja. Ja, schon weit genug. Maximal verkleinert. Ja, ich sage es jetzt nicht nochmal. Einmal hat gereicht. Ist das schon weit genug fortgeschritten, dass das in so ein SD-Karten-Ding reinnimmt? Apropos SD-Karten. Hast du die Dinger gesehen? Die neuen SD-Karten? Die PCI Express SD-Karten? Nein, noch nicht. Oh. Das ist ja so 4 GB pro Sekunde von so einer SD-Karte. Oh, okay. Also es gibt PCI Express in der Erweiterung für den SD-Standard. Mhm. Und, äh, ja, MVME, PCI Express SD-Karten. Ich mache mal einen Link auch mit rein. Und das, äh, das ist schon krass. Also wir haben einfach ein paar Finger mehr. Ein paar, paar, genau, SD-Express heißen die Dinger. SD-Express. Da gibt es ein White Paper zu, wo das beschrieben ist. Da gibt es auch Fotos von den Dingern. Das ist, äh, krasses, äh, krasses Zeug. Genau, SD, SD. SD-Express. SD-Express. Okay. Also hast du noch nicht gesehen? Nee, ich gucke mir die gerade an. Die haben, da brauchst du aber auch einen extra Leger dafür, ne? Die haben mehr Kontakte. Die sind abwärts, das ist das Tolle, die sind abwärts. Du kannst einfach in den existierenden Leserei machen, dann sind sie halt nicht so schnell. Okay. Und du kannst sogar, ähm, in der, in der Spezifikation ist sogar beschrieben, dass du zwischen den Standards wechselst. Also du kannst von SD-Protokoll, was normal jede SD-Karte halt kann, nahtlos theoretisch wechseln auf PCI-Express NVMe. Also ist das, ein bisschen übel wird mir da, auch aus Sicherheitsgründen. Wenn ich jetzt überlege, so PCI-Express direkt durchgeschleift auf einen Port, der offen zugänglich außen dran am Rechner ist, wo ich so eine SD-Karte reinstecken kann. Weil, ich meine, da kommt man halt überall hin. Also wenn da nicht irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen sind, dann kommst du ja auch auf einen Speicher von dort. Muss man sich denn schon gut überlegen. Also SD-Express 8.0 unterstützt dann 4 Gigabit. PCI-Express Generation 4 Level 2 4 Gigabyte. 4X, genau, 4 Gigabyte. 3.938 Megabyte pro Sekunde stehen dann da. Pro Sekunde. Sie schweigen sich. Alter Schwede. Genau, das ist eine Menge Holz. Da brauchst du viele dann. Aber das ist ja cool. Die Dinger werden ja auch immer größer. Und die halbe Karte besteht jetzt aus Anschlüssen. Ja, also die Fläche ist schon echt krass. Wobei die Dinger sind ja eh dick genug für die Technik, die du heute hast. Ich weiß nicht, ich habe hier eine SD-Karte, eine Micro-SD-Karte mit 512 Gigabyte. habe ich hier benutzt. Da habe ich meine Switch drin stecken, ja. Ja, genau, in der Switch habe ich eine, in meinem Notebook habe ich eine. Die Dinger sind ja auch schon, die machen halt bloß 60 Megabyte in der Sekunde oder so. Reicht für den normalen Alltag, reicht das dicke. In der Switch merke ich nicht mal, dass das Ding langsam sein soll. Aber wenn das dann natürlich für viele Daten ist, für große Mengen, dann ist das schon mit 4 Gigabyte schon krass. Das war so das Problem, was früher immer bei den Spiegelreflex-Kameras war. Da waren ja noch diese, wie hießen die Karten? Also dicke, mit vielen Pins damals. Compact-Flash-Karten, genau, da hatte ich auch noch eine damals. Das war ja eine IDE eigentlich. Ja, aber die waren damals einfach noch schneller als SD-Karten. Ja, auf jeden Fall. Und dann wurden ja die SD-Karten aber relativ schnell, haben die das ja überholt. Ja. Im Grunde wurden ja dann immer nur Protokolle wiederverwendet. Ja. Und ich glaube, da kann nicht sein, dass wir das jetzt durcheinander bringen, aber die Compact-Flash sind gestartet als, sie sahen ja aus wie so eine PCM-CIA-Adapter und waren im Grunde ein IDE-Interface. Also war einfach so ein paralleles ATA-Daten-Interface, was auch an Festplatten dran war. Genau das Gleiche, nur mit anderem Pin, mit anderen, nicht anderem Pinout, aber mit anderem Stecker, Steckerformat. Ja. Und war deswegen auch ungefähr gleich schnell. Also die langsamsten von den Dingern hatten irgendwie 150 KB in der Sekunde, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ging dann bis hoch bis auf 20 MB pro Sekunde. Und das war dann schon damals schon deutlich schneller als eine SD-Karte oder was es da gab. Mhm. Und mittlerweile, ich lese gerade, das hat sich weiterentwickelt, Compact-Flash 5 gibt es. Der fünfte Standard. Da sind wir nämlich auch bei PCI-Express. Ja. Da haben wir 2 GB in der Sekunde auf den Dingern. Compact-Flash habe ich in der freien Wildbahn schon ewig lang nicht mehr gesehen. So CF-Karten. Meistens nur in solchen Videokameras oder so. Oh Mann. Irgendwie so gefühlt vom Erdbodenversprung. Wie sind wir hier hingekommen? Ah, ging um Netzwerkspeicher Wi-Fi-SD-Karten. Die Wi-Fi-SD-Karte, genau. Also ja, aber nee, haben wir nicht und wissen wir auch nicht, wie es geht. Dann hat er nochmal gemeint, der Pi Zero kann das angeblich. Aber das ist ja eben auch der Kernel wahrscheinlich vom Pi-Minder mitspielen muss. Ja, aber da ist da wieder das Interessante, genau dieses Setup zu kennen. Also, die Anleitung immer her mit, dann probieren wir das gerne aus. Aber ich habe da, also ich habe, nachdem man drüber gesprochen hatte, ich hatte auch nochmal ein bisschen rumrecherchiert, aber ich habe nichts gefunden, aber kann ja auch dran liegen, dass ich einfach nach den falschen Begriffen gesucht habe. Das ist jetzt die Frage. Also du hast dann den Pi Zero ist ja ein ist ja ein USB-A Host Port dran. Also ein Adapter, wo normalerweise der Strom reinkommt und einer, wo du ja, wo normalerweise Strom reinkommt. Und ich glaube, das ist auch der, den du in einem Host-Modus starten kannst, wenn du das in der BIOS-Konfiguration von dem Ding angibst, in der Firmware-Konfiguration. Und dann könnte, also man kann den zum Beispiel, das ist das, wie ich es schon gemacht habe, man kann das Ding als Netzwerkkarte ausgeben lassen. Also dann, dann tut der Pi so, dass er eine USB-Netzwerkkarte ist. Und da ist natürlich die Frage, da ist natürlich die Frage, ob man da vielleicht mehr mitmachen kann als nur sowas. Und ich habe gerade ein Hackaday dazu gefunden. Das war ein guter Hinweis. Den werde ich mir immer zu Gemüte finden. Den packe ich auch mal hier rein. Den USB, den Pi Zero als ein USB-Stick. Okay, das wäre was, was ich mir, das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Das klingt interessant. Ich glaube, ich habe so ein Ding und soll einfach noch rumliegen. Ja, ja, ich habe mehrere von den Dingen und die sterben ja auch, wie die fliegen. Das ist der einzige Pi bei mir, der tatsächlich auch gestorben ist. Tatsächlich. Okay. Ich habe wirklich viele Raspberry Pis, so in dem 20 plus Menge. und die einzigen, die gestorben sind, sind im Grunde Pi Zeros. Keine Ahnung, warum. Die sind aber nicht so Ding, die sind nicht so einsamlaufen und der läuft und läuft und läuft. Geht einfach nicht kaputt. Ja, die SD-Karten gehen meistens kaputt, die da drinstehen. Meistens. Mittlerweile, oh, das ist vielleicht auch noch interessant, mittlerweile können die Dinger ja vom Netz booten. SD-Karten? Äh, Raspberry Pis. Oder Raspberry Pis. Raspberry Pis. Ja. Also du kannst mit der, du gibst eine neue Firmware, wenn du die in das SOC reinflashst, mit einem USB-Boot. Ach so, der, der, der Raspberry direkt, ach so. Der Raspberry direkt. Ah, okay. Du kannst einen Raspberry Pi aus dem Netz so booten, dass der nicht mal eine SD-Karte, der hat keinen Speicher angeschlossen, ist einfach nur der nackte Pi. Mhm. Das ist voll gut. Und das ist das erste Mal jetzt mit dieser neuen Firmware, dass du den Raspberry Pi, steckst eine leere SD-Karte rein, bootest den aus dem Internet, das bietet den nämlich auch an. Und dann kannst du direkt das Pi OS aussuchen und installieren. Du brauchst keinen Rechner mehr dafür. Das ist schon echt cool. Geht, glaube ich, mit dem, allem ab dem, ab dem neuen, dem Raspberry Pi 4 und diesen Compute-Modulen, den neuen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil bei dem, bei dem vorletzten ging es noch nicht, weil den hatte ich mir noch installiert. Und, äh. Ja, du musst auch ein Firmware-Update machen. Das geht auch nicht, ähm, automatisch. Ich glaube, ich noch nicht Standard, dass das so geliefert wird. Okay. Aber sehr schön, Guter Hinweis mit dem USB-Stick und Pi Zero, das kann ich mir vielleicht auch mal wirklich angucken. Haben wir da mal schön was verlegen. Und, äh, ja, dann, dann gehen wir noch eine Folge zurück. Da war nämlich noch ein Kommentar. Ja, haben mich auch gefreut. Äh, Episode 27, da schreibt der Hans Müller, hat mir mal ein paar Minuten so eine virtuelle Busfahrt in Lucky wie angeschaut. Und dabei kam mir der Gedanke, dass es doch vielleicht ziemlich nice wäre, wenn echte Busfahrer die Position ihrer echten Busse live auf so einem Online-Spiel übertragen könnten. Beziehungsweise würden. Ähm, also einmal total cool, dass er sich's angeschaut hat. Ich schau ja auch öfters mal bei, ähm, Ariane rein. Du hast ja den, den Manga jetzt, ne, bekommen. Genau, der kam vorhin an. Da kam er vorhin an. Da gibt's auch noch mehr zu berichten nächstes Mal. Aber nicht die, nicht heute. Nächstes Mal. Kann noch nicht. Und, ja, also eigentlich, das gibt es auch, glaube ich, bei, bei, ich weiß auch gar nicht, wo ich das gesehen hab. Also in Deutschland hab ich's noch nie gesehen, dass du so Karten, aktuelle, ähm, Stände von, von Fahrzeugen bekommst. Ich glaub, in den USA. Also, hast du das schon irgendwo gesehen? Ja. Ja. Also du wirklich auf einer Karte gucken kannst, so auf, wie Google Maps, wo grad der, kennst du da was? Eine Stadt? Also, das gibt es teilweise. Ich hab das, glaub ich, in Nürnberger Verkehrsbetriebe haben das, glaub ich. Okay. Ich weiß, in den USA, da, da, da gibt's das, weil ich hab mal mit einer Firma zusammengearbeitet. Also ich weiß, dass es das in Tokio gibt, das werd ich jetzt auch direkt verlinken. Da gibt's sogar eine 3D-Karte. Ja, okay, dass die sowas haben, war schon irgendwie fast klar. Aber was ich meine ist, also ich, gar nicht so in dem Spiel, sondern in echt ist es eigentlich interessant, wenn du siehst, wo ist denn grad meine Bahn, wo ist denn grad mein Bus, weil ich sitze jetzt auch gerade da und bei den angehenden Spritpreisen, ich muss ja Vorlesungen halten, überlege ich dann doch, steigst du wieder zurück oben auf die Bahn? Wir hatten da schon mal, war es noch ganz am Anfang drüber gesprochen, mit fährst du lieber Bahn und kannst da drin arbeiten. Waren die in den ersten Folgen. Und pandemiebedingt habe ich ja dann das Ticket dann doch wieder gekündigt, weil ich durfte ja gar nicht fahren. Also ich durfte nicht arbeiten, also in der, doch, ich musste schon arbeiten, aber ich durfte ja nicht in der Hochschule arbeiten. Und wir haben das ja alles remote machen müssen. und jetzt, nächste Woche geht es ja wieder los und jetzt bin ich tatsächlich im Überlegen, ob ich dann nicht wieder mit der Bahn da einfach fahren. Weil mit WLAN in der Bahn hat das ja ganz gut eigentlich immer funktioniert. Aber genau so Positionen sehen, wo ist denn dein Zug gerade? Also reicht mir das noch? Wäre ja eigentlich toll. Vor allem sagen die dir ja eh immer, wie lange der Zug noch braucht, bis er an der Haltestelle ist. Dann wäre es ja nicht mal viel, um das auch auf einer Karte anzuzeigen. Ja, also eine GPS-Position zu machen und das Drive zu reporten ist total simpel. Das ist vielleicht, das kann ich auch noch nicht erzählen, das kann ich das nächste Mal erzählen. Können wir uns das mal vormerken, weil dann kann ich das nächste Mal mich ausgiebig dazu äußern, wie das denn ist mit Sachen auf einer Karte darstellen. Also wenn der Hans Müller tatsächlich mal beim Busfahren zugeschaut hat, dann kann ich ihm von diesem Sonntag von dem vergangenen Sonntag, nicht dem kommenden, dem vergangenen Sonntag die Folge empfehlen. Weil da mache ich etwas, um genau das, was er da beschreibt, zu tun mit in dem Spiel. Nämlich die Position sozusagen live auf der Karte reporten. Das kann er ja, kann man ja mal nachschauen. Also jetzt OOC gesprochen, habe ich da tatsächlich genau die Grundlagen dafür geliefert. Ich habe mir so einen eigenen GPS-Tracker programmiert im Spiel. Cool. Okay. Da sprechen wir aufs nächste Mal drüber. Wenn ein Thema, was wir jetzt da nicht im Feedback drin hatten, aber wenn ihr das gerade blubbern gehört habt, ich habe gerade einen Schluck Club Mate getrunken. Ja, Prost. Gönn dir. Ja, ja, danke. Und erinnere ich dich noch an das Foto, was ich dir geschickt hatte. Und zwar hatte ich vor einer Weile auf meinem iPhone nach Hacken gesucht. Ich habe einen Text gesucht und ich wusste, ich habe einen Screenshot gemacht. Und ich habe eigentlich gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einen für eine Suche Hacken eingegeben oder Hack eingegeben. Und was macht das iPhone? Das schlägt mir alle Fotos vor, wo Hack irgendwie nur drauf stand. Ja, so muss das sein. Also ob farblich hervorgehoben. Also Texterkennung in Fotos, sehr cool. Und dann war da aber ein ganz spooky Foto dabei. Das war nicht mehr ein Schreibtisch, wo ich letztes Jahr auf Instagram mal ein Foto gemacht habe, hier im Büro, mit einer Club Mate auf dem Tisch. Und das Foto wurde mir auch angeboten, wo, Achtung, auf der Club Mate ein gelber Punkt im Foto angezeigt wurde, als Referenz zu Hacken. Dachte ich so, what the fuck? Also, weiß was ich meine. Ja, wir werden es nie erfahren, weil KI, 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 das ist KI, das muss diese KI sein. Das muss die KI sein. Also da saß ich erst mal dran und ich habe Bauklötze gestaunt. Also, soviel dazu. Aber so ein, also das waren ja die Kommentare, die wir hatten. Und wenn wir schon bei dem, bei den WTF-Momenten sind, ich habe ja noch einen gehabt, ich habe dir den Screenshot gepostet. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest. Ich habe es aus den Augenwinkeln, glaube ich, auf Hiose gelesen und habe mir es angeschaut. Und zwar hat das Bayerische Staatsministerium für Digitales einen Online-Anwendungspasswort-Check veröffentlicht. Und zwar sagen die dir einfach, also tippst ein Passwort ein und sie sagen dir, wie sicher das angeblich ist, dieses Passwort. Ja, also ist es schnell oder leicht zu cracken. Und inzwischen ist es ja so, also eigentlich schon seit Jahren, dass der Erfinder von diesen kryptischen Passporten, du kennst die, Groß-Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen, der hat sich ja auch schon mal entschuldigt dafür, dass er das gemacht hat. Und nach dem Motto, denn wir wussten nicht, was wir tun, dieser Vorschlag war ja komplett aus der Luft gegriffen. Ja. Diese Passworte, also diese Passworte sind ja auch nachweislich per Bootforce, das ist denen egal. Was ja relativ schwer zu knacken ist, sind ja tatsächlich so Passworte, die aus normalen Begriffen bestehen. Also die sind ja auch leicht zu merken, semantisch. Machst du so, weiß nicht, Haus, Katze, Maus, also keine Ahnung, was einem so einfällt und trennst ihn noch vielleicht mit irgendeinem Sonderzeichen, also dass du es leicht tippen kannst, das ist auch so ein Punkt. Und du kannst auch relativ große Worte nehmen, so Dampfschiff und, weiß ich nicht, hast du nicht gesehen, Raumfahrt und keine Ahnung. Und du kannst auch Sprachen mischen und also das wird ja richtig schwer zu knacken. Aber der hat sich eben dafür entschuldigt, das können wir auch mal verlinken, den Artikel. Suche ich gleich mal raus. Und auf jeden Fall gab es in diesem Artikel von diesem Online-Anwendungs-Passwort-Check und da passiert eben genau das, wo eigentlich dann Kleinbuchstaben, also genau das, was man eigentlich nicht machen soll, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, ja, und wie viele Zeichen in dem Wörterbuch gefunden wurden. Halt, woher weiß der das? Weil die bitten dich, dass du da dein Passwort eingibst und die analysieren dein Passwort, das du eingibst. Liebe Kinder draußen, macht das nicht. Und da ist auch egal, ob das eine Webseite ist von einem Ministerium. Weil in dem Moment, wenn ihr euer Passwort wo eingibt, kann man hinten raus die Hashes von diesem Passwort berechnen. Und damit könnte euer Passwort im Prinzip in die Tone treten. Also was die gebaut haben, ist eine einwandfreie Phishing-Seite. Und ich habe es nicht nehmen lassen, dann doch mal ein Passwort einzugeben. Ja, und ich sage, komm, checken wir mal, wie sicher am Passwort ist. Und zwar habe ich einfach 1234 eingegeben. Also sehr einfach, das sind vier Zeichen. Und da dachte ich, tippse noch mal hinten dran, 1234, also immer die gleiche Zeichenfolge wiederholt. Ich glaube, 1234, ich habe sie sechsmal wiederholt. Also sechsmal einfach 1234 wiederholt. Und das ist ein super starkes Passwort, was angeblich laut dieser Webseite Jahrhunderte dauert, zu knacken. Glaube ich nicht. Ich habe jetzt mal Hallo eingegeben und er sagt, da wäre ein Sonderzeichen drin. Da habe ich zehn Punkte für bekommen. Hä? Was ist das denn für eine Seite? Das ist ja totaler Unsinn, was da passiert. Gib mal Hallo ein, kleingeschrieben alles. Da kommt einfach, Sonderzeichen sind da enthalten. Finde da gut, kriege ich zehn Punkte für. Entschuldige, was ist das denn für ein Quatsch? Verstehe ich nicht. Die Seite, ich verstehe nicht, was das soll. Ja. Aber weißt du, wie du jeden in die Irre treiben kannst? Weil da bin ich, wenn wir schon so bei Passporten sind und so, ich bin letztens über den Artikel gestolpert und ich habe so lachen müssen. Und zwar war das jemand, der hat, sorry, jetzt bin ich gerade ans Mikro gestoßen, jemand, der hat debuggen müssen und der hat einfach den Fehler nicht gefunden. Und der Code war einwandfrei und der Compiler hat einfach immer einen Fehler rausgespuckt. Und zwar lag das da drin, dass da ein Unicode-Zeichen drin war und zwar ist es dieses Zeichen, du weißt schon, was kommt, 2.0.0b, also Unicode 2.0.0b, das ist das sogenannte Zero-Width-Space. Das ist ein Leerzeichen, was keine Breite hat und was dir auch kein Editor der Welt anzeigt, soweit ich weiß. Ja, deswegen heißt das ja auch so. Ja. Und da, also ich habe jetzt auch rausgefunden, du kannst das auch in Tech, also in LaTeX eingeben, ne, also das gibt, also per H-Space mit null Punkten kannst du das auch generieren. Also du kannst wirklich dieses Zeichen überall, ich weiß gar nicht, wer auf die Idee kommt, sowas zu machen. Was es nicht alles gibt, ja. Ja, ich, du kannst in Swift und Swift UI kannst du mit allen, die zur Verfügung stehenden Unicode Zeichen programmieren. Also du kannst einen variablen Namen, ist völlig okay, wenn du ein Emoji machst. Okay. Ja, ja. Das geht aber doch, glaube ich, auch in .NET auch schon eine Weile oder war das Bishop's Duty oder so. Ja, ja, das geht schon eine Weile. Oder auch Variablen quasi als, also Unicode für variablen Namen. Ja, gehen auch mit Funktionsnemen und so. Das ist total toll. Aber kennst du, kennst du auch, dass du Emojis zusammen addieren kannst und so? Ja, genau, das habe ich auch mal in der Übung gemacht, wo du quasi, weil du Unicode aufeinander addieren kannst. Du kannst Unicode Zeichner miteinander kombinieren. Genau, und die ergeben dann auch tatsächlich, also die ergeben dann neue Unicode Zeichner. Sinn, naja, ja. Das machst du ja gerade bei, bei Zeichen, die jetzt wahrscheinlich auf unserer Tastatur sind, also auf der ISO.de Tastatur drauf sind und dann kannst du ja mit diesen ganzen Axons, die es eben gibt, kannst du ja die Unicodes entsprechend quasi zusammen basteln quasi, addieren. Genau. Also das habe ich mal vor, vor drei, vier Jahren habe ich das tatsächlich mal rausgefunden für eine Übung, für einen Kurs. Wusste ich aber vorher auch nicht, ne, also. Genau, Combine-Emojis mache ich auch noch mit in die, in die Show-Notes rein. So, äh, aber zurück zu unserem, zu unserem, äh, Passwort-Check. Ähm, ich bin entrüstet, exakt wie du. Ich finde das komisch. Ich finde das wirklich seltsam, aber können wir mal drüber reden, dass es ein bayerisches Staatsministerium für Digitales gibt und die, man, machen sowas? Was hat das denn mit digital zu tun? Haben die denn noch so? Vielleicht haben sie sich ja tatsächlich was Gutes gedacht. Äh, die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Der Weg zur Hölle. Das darfst du halt, also, dein Passwort mal testen kannst, bevor du das jetzt, weiß ich nicht, für dein Online-Banking vergibst oder so. Ich, ich weiß nicht. Ich hoffe nur, dass die Hashes und die Passworte nicht irgendwo abspeichern. Immerhin ist die Verbindung verschlüsselt. Oh, ich gehe davon aus, dass da gar nichts irgendwo hingeht. Also, das kann man ja relativ schnell rausfinden. Inspect. Network. Hallo. Und da wird nichts übertragen. Passt. Ja, wunderbar. Also, nur alles auf der Webseite. Passiert alles im JavaScript. Also, verlässt die Seite nicht, verlässt deinen Browser nicht, das ist ja mal immerhin. Aber warum da Sonderzeichen enthalten sind, weiß ich allerdings auch nicht. Immer im Hallo. Okay, das ist aber komplett seltsam. Und, ähm, das ist ja eh komisch, wenn man so Sachen, äh, wenn man so Passwortchecks und so. Ich hab dafür tatsächlich den, haben wir ja auch mal in der Folge besprochen, ich benutze immer noch das Endpass für. Hm, ich auch, ja. Ich hab das im richtigen Moment gekauft, hab jetzt keine, keine Subscription oder so an der Backe. Genau, da hat man damals halt drüber berichtet, das war genau der Punkt, wo man einmal Geld reinwerfen konnte. und, äh, also ich würde jetzt mal, ich auch für ein Update, würde ich ja tatsächlich da. Ja, würde ich auch wieder Geld ausgeben. Ich würde für ein Update auch wieder Geld ausgeben, ähm, wenn das irgendwie begründet werden kann, warum ich das jetzt brauche. Hm. Aber ich, ich, nee, kein, ich möchte nicht, dass meine Passworte, ähm, ja, zur Geisel genommen werden können. Und das One Passwort, was ich vorher benutzt hab, das hat sich ja, hat sich ja tatsächlich bestätigt, ne? Die sind ja komplett auf diesen Krypto-Dude-Weg abgeglitten und machen da jetzt irgendwas mit, alles muss in die Cloud und alles muss irgendwie in, jetzt haben wir da auch Wallets da drin irgendwie, die da, so Krypto, oh Gott, oh Gott. Ja, die, die versuchen halt, äh, klar Business, ne? Du versuchst halt irgendwie, Geschäftsmodelle daraus zu machen. Ja, aber Krypto ist kein Business, das ist Betrug. So. Das hat ja mit Business nichts zu tun. Ich hab heute schon den, ne, egal, das kann ich gar nicht erzählen. Also ich hab, ich hab ganz harte, so, so Fremdschämmomente, wenn Menschen, von solchen Technologien sprechen, im, wirklich im Inbrunst der Überzeugung, dass das was Sinnvolles, im, weiß ich nicht, in so ganz alltäglichen Sachen ist. Mhm. Ist es halt nicht. Es löst kein Problem. Es schafft neue. Nur neue. Ich mein, das ist unser Job. Ach so, mit den Problemen dann fertig zu werden, oder was meinst du? Nee, Probleme zu schaffen mit Technologien, die wir danach wieder lösen, sonst wären wir arbeitslos. Oh, das wär toll. Stell dir mal vor, alle wären arbeitslos, weil, die ganze Arbeit wird gemacht. Irgendein Ding, irgendwas macht die ganze Arbeit und wir sind alle arbeitslos. Das ist doch toll. Ja, den ganzen Tag, kleine Cocktails mit, mit Schirmchen drinnen, mit Schirmchen drauf. Ist doch toll. Ich weiß gar nicht, also wie kann man das denn schlecht finden? Möchtest du das nicht? Doch, doch, und erkläre ich auch wirklich jedes Semester meinen Studierenden, dass sie doch bitte an dieser absoluten Automatisierung arbeiten, dass wir nicht mehr arbeiten müssen. Ja, macht euch alle überflüssig. Genau. Dann ist, wenn alle, wenn der Letzte überflüssig ist, dann ist die Welt gut, eine Bessere. Dann ist die, hat die Faulheit endlich gesiegt. Nichts treibt mich mehr als Faulheit. Klingt ein bisschen gegenläufig, ne? Hm. Ja, aber ich glaube, deswegen programmierst du ganz oft, weil du ja Dinge nicht nochmal machen möchtest. Ja, nur einmal machen willst. Ich meine, du sitzt viel länger dran, nur zu programmieren, aber in der Theorie bist du dann schneller fertig. Das würde ich ja, ich finde ja, in unserer Lebensspanne, kannst du ja mal sagen, wie du das siehst, aber ich finde, in meiner Lebensspanne ist die Tätigkeit des Programmierens einfacher geworden. Ich erreiche mit weniger Zeitaufwand mehr. Also wenn ich mir überlege, was ich heute mal eben in so einer Stunde oder zwei hinprogrammieren kann, wie lange mich das vor zehn Jahren oder 15, 20 Jahren gekostet hätte an Zeit, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre. Also wir stehen schon auf Schultern von Giganten, ja, und heben gar nicht mehr so hoch, müssen wir heben, damit es toll wird. Aber man muss auch immer dran denken, das hat man, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen, es gibt schon viele Dinge und die Dinge hast du auch schon durchdrungen. Jemand, der jetzt damit anfängt, also der steht ja vor. Ja, der muss zum Teil, das soll ich doch gar nicht so tief durchdringen. Also wir wünschen uns das natürlich. Du, ich denke mir immer, irgendwie würde mir was fehlen, ich wüsste nicht, wo es herkommt. Genau, ja, aber vielleicht liegt das auch daran, wie man eben damit aufgewachsen ist. Genau, also wir hatten ja keine Wahl, also hattest du eine Wahl, du musstest dir den Scheiß ja so ranholen. Ja, ja. Und wenn ich jetzt wählen könnte, weiß ich nicht, ob ich wieder alles in dem Detail gerade, weil es gibt ja neue Dinge, die ich auf der Flughöhe begreifen kann, die jetzt sinnvoll erscheint. Und vielleicht hält mich ja auch dieses ganze Low-Level-Zeug von irgendwas ab. Weiß ich auch nicht. Ja, ja, das hält ich auch ab, weil ich erwische mich auch immer wieder, wo ich dann irgendwas Neues lerne und dann genau in dieses Rabbitode reinfalle und dann eben versuche zu verstehen, was da alles passiert und dann irgendwann merke, jetzt hast du so viel Neues gelernt, alles super interessant und spaßig und hast du nicht gesehen, aber bringt dir gar nichts für das Lösen von deinen Problemen, weil das hat ja schon jemand gelöst, also die Sachen, die du dir jetzt gerade angeschaut hast. Das liegt vielleicht wirklich daran, wie wir damit aufgewachsen sind, weil man hat sich das beibringen müssen und du hast lernen müssen, wie das geht. Sonst haben die Sachen halt damals nicht funktioniert. Genau. Ja, ja, das stimmt schon. Also, wir können ja vielleicht mal Hörer kommentieren, dann können wir uns jetzt sagen, wie sie das so sehen. Also, ich meine, wenn ja jetzt einige dabei sein, die nicht derartig biblisches Alter, wie wir haben, IT-Technisch, die weniger von der, mehr von der IT und weniger von der Daten, von der elektronischen Datenverarbeitung mitbekommen haben. Also, können wir mal schreiben, wie Sie das sehen, ob das jetzt tatsächlich eher als Belastung oder vor allem auch, mich würde interessieren, wie tief man denn so rein, also aus eigenem Antrieb, wenn man jetzt damit anfängt, jetzt da reinwächst, wie viel man aus eigenem Antrieb davon eigentlich genau wissen will. Ich gucke, ich kann doch sagen, unheimlich toll bei unseren Kindern beobachten, wie die mit Geräten umgehen, also Kindle, iPhone, alles was mit Touch, das können die bedienen, das ist irre. Also, die Zweijährige kann ein Kindle bedienen, obwohl die UI vom Kindle nicht für Zweijährige gemacht ist. Also, die ist schlecht, die war wohl früher mal besser von Amazon, aber die ist richtig schlecht für Kinder. Ja, die ist für Rentner gemacht. Finde ich. Und Rentner können das bedienen, dann ist das, glaube ich, für Zweijährige. Ja, die haben ja tatsächlich eine Kinder-UI, aber die ist nicht, da steht zu viel Text und du kannst, also du musst lesen können für viele Dinge und das macht keinen Sinn und trotzdem haben die so viel alleine rausgefunden. Gibt es da Bilder, Bücher drauf? Ja, da gibt es Bücher drauf, Videospiele, also das ist irre, wie die rausfinden, wie das geht und die können sich da alles mögliche runterladen, was da drin ist und die können mit den Dingen richtig gut umgehen und ich sitze dann eben dran und mir ratert dann nur so durch den Kopf, wie das programmiert ist, wie die Security ist, wie der Prozessor in dem Kindle ist, was da jetzt drin steckt, wie viel RAM und weißt du, diese ganzen Dinge, die dich eigentlich gar nicht interessieren sollten, wenn du so ein Gerät verwendest, aber vielleicht liegt das einfach da drin, dass wir halt auch aus der Branche kommen. Kann ja auch sein. Ja, ich glaube, sobald du ein gewisses Verständnis für irgendwas entwickelst, hast du einfach Beigedanken. Ich sehe das jetzt beim Spieleprogrammieren, seitdem ich das irgendwie mache, sehe ich, wenn ich zuschaue, wie jemand spielt, die Welt ein bisschen anders, wenn der spielt. Das ist teilweise ein bisschen frustrierend, weil du siehst halt, scheiße, das geht wieder nicht, das hat er gar nicht gemerkt, aber das geht ja immer noch nicht, was ist denn da los? Und dann grübelst du und grübelst. Ja, also das ist, also wenn ich GTA-RP-Streams oder so sehe, dann denke ich mir dann immer, warum, warum ist das jetzt passiert? So, Rabbit Hole, wäre schön, wenn da jemand kommentiert. Genau, das war jetzt so das Schlusswort zu dem Thema. Aber weil wir bei Technologien sind, einen Punkt hatte ich ja noch, den habe ich da auch aufgrund der, ich habe es noch gesagt, auch aufgrund der aktuellen Bewältigungsstrategie, wir hatten ja vor ein paar Tagen diesen Fall, wo es in diesem AKW in Saporischka diesen schrecklichen Angriff da gab. Ja. Und man hat das ja dann mitbekommen, ich war zufällig da wach gerade, als das passiert ist und ich habe das auf Twitter mitbekommen und die haben eine YouTube-Seite und eigentlich haben die da Werbevideos drauf und in dieser Nacht haben die einfach die Kamera eingestellt, die Überwachungskamera für vier Stunden, viereinhalb Stunden und dann dachte ich so, also Cancell Culture und so und dann dachte ich so, das musst du jetzt irgendwie wegspeichern und einfach da, weil wir da schon ein paar Mal drüber gesprochen hatten, das Tooling hatte ich ja alles auf dem Rechner und dann ein paar Sekunden was eingerichtet und dann habe ich eine Kombination aus YouTube, was ich nicht wusste, dass es geht, aber das klappt dann tatsächlich, wenn du YouTube-DL verwendest und ich hatte noch eine alte Version, eine Exe, die irgendwo rumlag, die gestartet und dann kannst du, das habe ich leider nicht mehr im Kopf, mit einem Parameter abrufen, was für Formate da YouTube gerade für den Stream unterstützt und dann kannst du dir die minus M oder so und dann zeigt dir das an und dann kriegst du da so ein paar Nummern und dann wirfst du halt eben das YouTube-DL auf den Livestream an mit dem entsprechenden Flag, mit der Nummer und dann rendert dir das Ding weg und ich habe das dann in voller Auflösung, also 1920 mal irgendwas da, 1080, habe mir da fünf Gigabyte hat er das halt live gerendert. Mit Rendern meinst du, du hast es einfach weggespeichert, die haben das gestreamt und du hast es weggespeichert? Ja, ich habe es nicht gestreamt, sondern ich habe es einfach weggespeichert. Ja, das YouTube-DL ist einfach der heiße Scheiß. Und das ist aber genau das, was du sagst, also wenn du das Tooling hast und dann, sag ich mal, halbwegs beherrscht, ja, und ich weiß, Otto Normalverbraucher hat das sowas nicht, ne, gerade mal rumliegen. Aber es sind ja so ein paar Dinge, die mir da durch den Kopf gegangen sind, das eigene ist, also was da abgeht in einem AKW oder von einem AKW und wir standen heute in einer technologierten, technologisierten Zeit, leben, wo du das live siehst über YouTube, ne, über, ne, und dir das auch noch quasi wegspeichern kannst. Und das ist ja so. Und was hat man da gesehen, wenn ich fragen darf? Ähm, ich habe es tatsächlich verlinkt, also es ist eine Überwachungskamera, die auf den, auf den Dächern war. Ach, die haben das auch gespeichert dort, das heißt, das ist noch abrufbar? Das ist noch abrufbar, ja, also die viereinhalb Stunden sind noch abrufbar. Ähm, und die haben im Prinzip so ein, ich glaube, es ist ein Vorplatz, also ein Parkplatz gefilmt, du siehst da, ähm, mit einer Nachtsichtkamera, was da eben auf dem Dach ist, ist wahrscheinlich einfach von dem AKW eine Überwachungskamera. Und da hast du halt tatsächlich gesehen, in welche Richtung Schüsse fliegen, wo ein, glaube ich, ein Auto explodiert, ja, mit all den tragischen Folgen, ne, immer wieder, wenn wo was eingeschlagen ist, also Granaten, dass dann auf dem Parkplatz die Alarmanlagen von allen Autos losgegangen sind und so ging das halt, ähm, ein paar Stunden. Ja. Ja, und dann, und das war also, das Krass ist halt, man, also das Video hat, oder der Stream hat, kursiert lange, bevor irgendwelche Nachrichtensender das aufgegriffen hatten. Ähm, also das meine ich mit der Technologie, ne, also das ist einfach Wahnsinn, wie schnell das, dass das die Runde gemacht hat. Und auf der anderen Seite sitzt du da und denkst so, ich kann nichts machen, ne, also das ist so, ja, die, die andere Ecke. Ähm, ja, aber das waren alles so Tools, die, einfach weil wir da schon mal drüber gesprochen hatten und, und weil ich ein paar Sachen da gemacht hatte, hatte halt YouTube rum, YouTube DL rumliegen, ähm, hatte FFM-Pack gerade auf dem Rechner liegen und, äh, ja, Ah, hast du für das, was du gemacht hast, das Runterladen, hast du da FFM-Pack gebraucht? Weil meistens, genau, du. braucht er das dann nachher zum Zusammenstellen, der lädt ja Audio und Video getrennt und das Zusammenfügen aber auch, glaube ich, FFM-Pack für. Das, was er genau gemacht hat, habe ich mir dann, also tatsächlich auch dann immer angeschaut, aber er braucht, um den Livestream wegzuspeichern, tatsächlich das FFM-Pack. Das musste er halt dann im Pfad drin haben und wenn er FFM-Pack-Exit gefunden hat. Was da Spannendes passiert ist, ich hatte ja willkürliche Versionen von dem Zeug rumliegen, ne, also, ich kann dir nicht sagen, welche YouTube-DL-Exit das war, ich kann dir nicht sagen, welche FFM-Pack-Exit das war, die da rumliegen. Ja. Und es hat einwandfrei funktioniert, ne, also manchmal ist Technik relativ aktuell gewesen, weil es ist tatsächlich mal kaputt gegangen, so Mitte letztes Jahr. Es muss irgendwann danach gewesen sein. Ich habe, ich packe mal den Link, weil YouTube-DL.org, das ist mehr oder weniger, das Projekt ist kaputt. Kaputt, ja, da hat man, ja. Genau, da gibt es jetzt einen Ersatz, YTDL-Org und ich verlinke mal die GitHub, das GitHub-Repository davon und das ist das, was ich benutze. Ich benutze das tatsächlich genau deswegen, weil das immer kaputt geht und irgendwie so viele Abhängigkeiten hat, benutze ich das in einem Docker-Container. Ich habe mir einen Docker-Container gebaut und da ist dann halt alles drin, das FFM-Pack, das A-Conf und so weiter und ich reiche dann Ressourcen rein und die URL und dann mache das Teil und wirfe mir ein fertiges Video hinten wieder raus. Genau. Da kann ich vielleicht noch ein Ding empfehlen und zwar, ich hatte ja vorhin NHK, also wenn du jetzt YouTube-DL machst, dann lege ich mal noch einen drauf. Ich habe ja vorhin NHK gesagt und es gibt ein Tool, das nennt sich NHK-Record, das gibt es auch als Docker und dem gibst du einen RegEx mit, das hört einfach auf den Livestream von NHK und alles, was den RegEx-String, den regulären Ausdruck matcht, das speichert der dann als Video ab, lokal. Okay. Und das ist sozusagen, das Ding heißt auch NHK-Record, läuft die ganze Zeit bei mir auch und da habe ich einfach eine Liste von Sachen drin, die ich gerne weggespeichert haben will, ein paar Sendungen, die ich immer mitgucke und das wird dann im Hintergrund immer wieder mitgespeichert. Und das ist so. Du musst auch gar nichts machen, der macht das dann komplett automatisch. Genau, da tauchen dann einfach nur in irgendeinem Verzeichnis die ganze Zeit irgendwelche Videos auf, braucht auch, also Rechenleistung nicht wirklich, Bandbreite braucht es ein bisschen. Das nimmt auch nur, also das baut auch nur den Stream, eine Verbindung auf, wenn das kommt, also was du, was matcht. Das heißt, das streamt nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn das wirklich passt. und standardmäßig ist da glaube ich der 4 Megabit 1080p Stream eingestellt. Das ist wirklich super. Und so habe ich jetzt auch schon so ein kleines Mini-Archiv von dem Zeug. Da kann ich dann auch noch, für Leute, die YouTube, DL und NHK Record und sowas mögen, da gibt es eine, gibt es einen Reddit. Benutzt du Reddit? Ich habe einen Reddit-Account, wir haben doch auch einen Reddit angelegt für den Podcast, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das außerhalb von den USA oder so großartig verbreitet. Ja, doch, bestimmt. Und eben bei uns unsere Hörer kennen das alle, die haben alle einen Reddit-Account. Wir würden nie jemandem mitteilen, wie der Reddit-Account ist, weil das sind ja, weiß der Teufel, was für Sachen da drin gespeichert in diesem Reddit-Account. Man liest ja Sachen, will man ja nicht. Da gibt es einen Subreddit, das ich mitlese, das heißt Data Hoarder. Und da berichten Menschen, was sie so an Daten speichern. Also ich mache mal ein Beispiel. Eine sehr aktive Diskussion gegen Ende letzten Jahres war es, als YouTube gesagt hat, sie ändern die Richtlinien für auf YouTube gespeicherte Videos in der Gestalt, dass sie die Sachen löschen, die eine bestimmte Menge an Views nicht überschreiten. GitHub hat ja, glaube ich, auch so ein Ding gemacht, dass sie anfangen, jetzt irgendwelche Repositories zu kicken. Okay. Und daraufhin haben sich dort die Menschen zusammengefunden, viele Festplatten mit Videos zu füllen, die wahrscheinlich demnächst gekickt werden. Und es ist wirklich der Hit. Ja, also wenn da irgendwelche Entwicklungen in dieser Region, einfach nur mal lesen, es ist der Wahnsinn. Menschen, die einfach sich zum Lebensauftrag gemacht haben, das komplette YouTube bei sich lokal zu speichern. Aber da gibt es auch praktische Anwendungen dort, also man kann schöne Uhren aus Festplatten bauen und sowas, wenn sie kaputt sind. Ich sehe das gerade. Ja, Data Horder ist wirklich ein sensationell tolles Submit. Das mal so auch als Service. Wir wollen ja auch zur Rabbit Hole Bildung bei unseren Zuhörern. wenn wir ja auch beitragen. Und da sehe ich auch mich persönlich sehr in der Bringschuld, dass ich die Menschen die Zeit stehle mit solchen Zeug. Also da kann man mal so ein Wochenende rein senken in das Ding, weil es ist wirklich viel, viel Kontext. Haben die wohl eine Anleitung für diese Uhren? Weil ich glaube, ich muss, ich habe ja noch viele Festplatten rum. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja unendlich viele Festplatten rum. Ja, eine Platten ist. Tatsächlich habe ich gerade jetzt, während wir sprechen, safe erased, erasen acht Festplatten bei mir zu Hause gleichzeitig, weil mehr passen nicht rein in die Büchse, weil ich will die dann natürlich auch wieder einer Weiterverwendung zuführen. Ich musste ja nicht kicken, da waren ja eh bloß Stripes drauf von irgendwelchen verschlüsselten Daten. und jetzt mache ich die halt leer, überschreibe die noch zweimal und dann gehen die raus. Dann gebe ich die raus. Das sind ja Spinning Rust Festplatten und insofern keine SSDs. Insofern bin ich mir relativ sicher, dass erstens war das, was drauf war, eh wurscht. Das war eh bloß Kopien. Ein YouTube Download verzeichnet, so ein NHK Aufnahmen. Und auf der anderen Seite kriegst du für so eine Festplatte halt immer noch deine 60 Euro oder so und ich würde die ungern, es sind ja seltene Elemente, seltene Erden und so ein Zeug da drin. Ich würde die ungern irgendwo schreddern oder schrotten, sondern die funktionieren noch. Ausgezeichnet. Bitteschön, jemand anderes kann die ja bestimmt auch noch gebrauchen. Auf der anderen Seite brauchen die Dinger natürlich auch mehr Strom als eine große, also naja, muss man halt jeder selber wissen. Aber als Ersatz für ein existierendes Raid, also wer von den Hörern 3 Terabyte und 4 Terabyte Platten braucht, da hätte ich irgendwie so in zweistelligen Größenordnungen mengenmäßig Sachen abzugeben. Da hat übrigens jemand ein Quantum I500 Robotic Tape Library im Wohnzimmer stehen. Ja, selbstverständlich. Also hier kommt ja nicht von ungefähr. Hast du sowas nicht? Nee, nee. Nee, meine Frau würde mich nötigen, dass ich ausziehe. Also ich hatte tatsächlich mal einen Tape-Wechsler sogar. Ich hatte sogar, ich hatte CD-Wechsler, Tape-Wechsler, alles für meine Mailbox. Ich hatte so einen... Nee, nee, an Tape bin ich vorbeigerutscht. Ich hatte damals vergeblicherweise auf Zip-Laufwerke gesetzt. Oh, nee. Das war mir schon damals Respekt. Als ich Parallelport gesehen habe, habe ich gedacht, nee, nee, geh du mal weg. Ich nehme mal meinen SCSI hier. 100 MB. Nee, das war damals schon, als du... Genau, das war ungefähr dieselbe Zeit dann. Als du Zip gemacht hast, habe ich DLT-Tapes gemacht. DDS 1, DDS 2, da hast du dann irgendwie... Was ging da drauf? 2 GB? 4 GB komprimiert? So in der Größenordnung ging da drauf. Und dann haben alle anderen um mich herum irgendwie 100 MB auf... Oder 250 MB auf Zip-Disc gespeichert und haben sich immer wieder über das legendäre Klack, Klack. Oh, schon wieder eine kaputt. Gefreut. Wie oft ich das gehört habe. Ja, das hat geklockt. Ja, das ist kaputt. Ja, Data Horder an der Stelle ein kleines... Ein kleiner Abschweif. Super, super Zeit... Zeitloch. Sehr, sehr schön. Ja, wir haben noch einen Kommentar oder Feedback gehabt. Jetzt haben wir es nochmal zusammengesucht. Also eben... Im Discord ging es ein bisschen... Also tatsächlich aktiv. Mal rund. Und zwar wegen den letzten paar Folgen, wo wir über Obsidian... Ober, ne? Ober, Ober Obsidian über Obsidian gesprochen hatten und... verschiedene Workflows etc. Ich habe ja auch noch so einen Blog-Eintrag in der Mache bezüglich dem IMF-Workflow und du hast es rausgefunden, irgendwie habe ich es gar nicht mitbekommen, Obsidian hat eine neue Version. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Das war mir nämlich auch gar nicht klar, aber die haben natürlich völlig recht. Obsidian hat ja so einen Auto-Update-Mechanismus und das funktioniert sogar richtig gut. Musst du dann irgendwann einmal neu starten, das Obsidian, und dann hast du die neue Version laufen. Das ist auch immer noch so. Aber am Wochenende kam eine neue Version raus und da haben sie unter anderem Security-Updates gemacht und da müssen sie dann nicht nur das Obsidian selber updaten, sondern auch das darunterliegende Elektron. Elektron. Und da gab es ein Update und das kriegst du nicht über diesen Auto-Update-Mechanismus. Das ist zwar dokumentiert, aber das kann man leicht überlesen. Ich habe es nämlich auch überlesen. Deswegen, wer Obsidian benutzt, installiert das einfach mal drüber. Downloadet euch die aktuelle Version von der Obsidian-Webseite, installiert es einfach drüber. Da passiert nichts, tut nicht weh. Bei mir ist auf mehreren Rechnern unabhängig voneinander nichts passiert. Steht auch so in der Anleitung, dass nichts passiert. Außer, dass ich dann einen neuen eine neue Basis hatte, die sich schneller anfühlt bei mir. Fühlt sich schneller an. Ja, und ansonsten ist, ich habe weiter an meinem Workflow gearbeitet, mehr Menschen angesteckt damit. Es gibt mehr Menschen in meiner Umgebung, die das Ding Obsidian, also sehr produktiv nutzen. Ich hatte es ja vor kurzem auch mal von von meinem Vault das Bildchen da gepostet, als ob du das gesehen hattest. Das hat sich inzwischen schon wieder verdoppelt. Ja. Es ist ja einfach nur schön anzugucken, wie viele Dokumente du hast und wie die zusammenhängen. Aber wenn man sich mal überlegt, man hat endlich mal Dokumente, die zusammenhängen. Und genau. Also wer das noch nicht versucht hat, versucht das tatsächlich mal, weil man findet Sachen so unheimlich schnell. Und ich hatte so zwei, drei Aha-Momente tatsächlich, wo ich gedacht habe, also da hättest du dich dumm und dämlich gesucht, auf Deutsch gesagt. Vorher, also wir hatten auch, also da ging es einfach um Informationen von, aus Kursen zusammensuchen. Und hat der das gemacht, hat die das gemacht. Und wo steht denn das? Und hast du nicht gesehen. Und normalerweise hättest du dich über zig, weiß nicht, Wikis und Webseiten und Tools, das zusammensuchen müssen. Und das war so ein bisschen klick, die klack und alle Sachen gehabt. Guck mal, da, ich habe noch das Protokoll von der Sitzung und eigentlich genau das, wie du, wie du das erzählt hattest. Da haben wir auf den Namen geklickt, dann hast du gesehen, wo die ganzen Meetings waren. Genau. Es wird ja halbwegs ordentlich dann aufbereitet im Obsidian und dann da schnell durchgeklickt und alle Informationen gehabt in Windeseile, was ich mir an Recherchezeit gespart habe. Da sitzt du da und denkst, boah, benutzt du? Warum erst jetzt? Ja, 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 Warum erst jetzt? Also das ist, ich hatte ja auch diesen Moment, wo ich gedacht habe, oh, das hast du dir schon immer so vorgestellt, dass es mir das mal geben müsste. Und war es immer nur zu faul, das immer zu programmieren. Man sieht ja auch, dass das in sich eine Lebensaufgabe ist, das zu programmieren. Ja, ja. Welchen Graph benutzt du denn? Zum Anschauen da. Ja. Diesen Standard Graph. Der drin ist, okay. Gibt es da noch einen besseren Plugin? Es gibt Juggle, heißt es. Besser würde ich nicht sagen, ist anders. Hat den Vorteil, dass es Kontext mit in den Graphen reinzieht. Also wenn du von einer Notiz sozusagen ausgehend navigierst, dann ist Juggle meistens besser. Weil du dort mehr Kontext siehst. Du siehst zum Beispiel Bilder, die da drin sind und so, die zieht da raus und packt den mit in den Graph rein und du kannst dann einfach, ohne das Dokument öffnen zu müssen oder eine Vorschau zu kriegen, kannst du das dann einfach noch mit rannehmen. Ich habe, ich gucke mir das gerade an auf GitHub und während ich das angucke, ist mir ein kleiner Lifehack noch für, also wer diesen Workflow verwendet oder annähernd verwendet, was der erzählt hat, ist man auch mit diesen Personen, und unsere Akten, wo du dir anlegst. Ich habe mir jetzt inzwischen angewöhnt, tatsächlich von, also auf diesen Personenseiten, als allererstes, also da steht der Name als Überschrift und als allererstes mache ich, wenn ich für eine Person ein Foto habe, mache ich das Foto rein. Weil wenn du auf einer anderen Seite bist und dann über den Namen hauerst, dann dann siehst du sofort das Foto von dem, ja. Genau, du siehst als erstes das Foto von der Person. Und das ist so Bombe. Also kann man tatsächlich empfehlen. Also ich glaube, das gucke ich mir mal anders, Chuck. Kann man auch hin und her schalten wahrscheinlich dann, die Graphen. Oder beide wahrscheinlich. Du kannst beide parallel benutzen, wenn du willst. Also je nachdem, wie du möchtest. Und es gibt mittlerweile auch einen, um den zu persistieren, den Graphen. Also zu sagen, das werde ich gerne genau so haben und das nächste Mal wieder aufmache. Kommt drauf an, wie viel du damit arbeitest. Aber das mit den Personen mache ich auch so. Ich habe jetzt vielleicht, können wir in den Obsidian-News des Tages, können wir ja vielleicht auch das noch erwähnen. Es gibt ein cooles neues Plugin, das ich benutze. Das nennt sich Auto-Mover. Und zwar kannst du einfach Kriterien festlegen, nach denen ein Dokument, eine Notiz, automatisch in den Ordner bewegt wird. Und ich hatte ja diesen Persons-Ordner bei mir. Ja. Wenn ich das Hashtag Person vergebe, dann wird das automatisch von diesem Auto-Mover in den Personen-Ding reingeschoben. Okay. Ich habe mir einen Shortcut dafür angelegt, genau aus dem Grund. War super nervig, ne? Ja, genau. Brauchst du nicht mehr, gibt es jetzt den Auto-Mover, ist total wunderbar. Macht alles für dich. Ja, es ist wirklich, äh, ja. Es ist noch ein neues in Obsidian. Was habe ich denn noch neues mitgekriegt jetzt? Ja, ich habe so Sachen wie Node-Refactor und so Zeug jetzt ein bisschen geforkt und gemacht und getan, weil ich da spezielle Funktionen brauche. Also zum Beispiel, ja, ich habe ja, im Gegensatz zu dir arbeite ich ja mit diesem Outlook. Und da habe ich mir dann gleich so Funktionen gemacht, dass ich den Titel eines Meetings mitsamt dem korrekten Datum direkt in die Zwischenablage bekommen. Einfach so Optimierung des normalen Arbeitsflusses. Wenn ich tags vorher oder die Woche vorher dann schon irgendwelche Termine mit anlege in meinem Obsidian, dann will ich das dann da irgendwie so einfach wie möglich haben über Tastenkombinationen und so. Ja, klar. Ja, da mache ich viel aktuell mit den Templates, mit dem Templater. Da habe ich fünf, sechs Templates inzwischen für die, für die Standardsachen, die ich habe. Also neue Personen, neue Meetings. Wir haben ja Gremien bei uns, wo wir in Gremien tagen. Und die haben alle ein unterschiedliches Format quasi. Also im Endeffekt wie Meetings und dann da habe ich mal auch ein paar Standards angelegt oder so bei Bewertungen oder bei Gutachten so Dinge. Aber sehr spannend, ich schreibe meine Gutachten nicht mehr in Word. Ich schreibe die inzwischen in Obsidian und das nächste Plugin, was ich im Prinzip suchen wollte, ist was, wo ich daraus schöne Dokumente generieren kann. Weil es ist ja Markdown, also ist eigentlich der Schritt, dass ich da relativ einfach das so in ein schönes Dokument formatieren kann. Eigentlich sollte ja relativ einfach sein. Da könnte ich, ich habe für so, also das Schönste, so habe ich mal gesehen, war Typ Horror, was dann ein schönes Output hat. Aber das kostet auf der Weile Geld. Du kannst das alles mit Pandoc machen. Ja, ja, natürlich. Aber das ist natürlich Schweizer Taschenwärts anhoben. Speaking of Rabbit. Genau, das ist halt wieder eine eigene Aufgabe. Und ich mache die Dinge nicht, dass ich noch ein neues Hobby bekomme. Ich will ja eigentlich Arbeit. Generell eine gute Idee. Stimmt. Ich habe mal meinen, das eine Volt, an dem ich am meisten arbeite am Tag, jetzt habe ich mal den Grafen da ins Ding reingekippt. Da sieht man auch, dass ich noch was aufzuholen habe. Dass ich mal ganz am Anfang diese Verlinkung, bevor es Obsidian gab, noch nicht gemacht habe. Das sind alle, die außenrum fliegen. Der Orbit. Genau, der Orbit. Naja gut, es gibt auch viele Sachen, die sind für sich. Also wenn ich jetzt irgendwelche Begriffsdefinitionen mache, die ich nicht weiter verlinke oder die wirklich für sich alleine stehen. Wenn du einen Notizzettel hast, dann hast du nur einen Notizzettel. Aber viele davon müsste ich noch mal verlinken. Genau. Das ist schon ultra praktisch, das Tool. Genau. Dann haben wir Obsidian auch ein bisschen mit reinbekommen. Ich werde meinen Workflow auch noch mal beschreiben. Ich hadere nur mit mir, wie ich das mache. Da gab es jetzt schon ganz viele auf dem Discord ganz viele tolle Tipps. Danke dafür. Das ist alles kompliziert. Für mich, für mich ist das alles komplizierter, weil ich die Leute ja nicht verwirren will. Und viele von den Sachen sind halt nicht so, sind halt sehr persönliche Bevorlieben. Ja, ja. Und ich verstehe das auch, weil ich habe ja auch den, also bei mir ist ja, ich habe diesen IMF ein bisschen kombiniert mit dem, was du erzählt hattest. Jetzt ohne genau zu verstehen, was du im Detail machst, aber so ein paar Ideen von dir übernommen. Und ich habe angefangen, das mal zusammenzuschreiben für den Blog. Und ich habe die Links und die Quellen und alles drinnen und so ein paar Sätze geschrieben, was ich da mache. Und tue mich aber tatsächlich schwer damit, zu beschreiben, was ich da mache. Ja. Und warum. Dieses funktioniert super für mich, aber ich kann dir nicht erklären, warum das für dich irgendwie tun sollte. Also, du verstehst bei Schmeichne, glaube ich. Ja, ja, ich verstehe das total. Ich verstehe das total. Und das ist auch so ein bisschen so, ich will ja niemandem eine Empfehlung geben. Ich kann niemandem empfehlen, wie sein Gehirn funktioniert. Das ist jedes anders. Aber ich glaube, da kann man sich auch vielleicht, hat mir der Discord bei uns Mut gemacht, ein bisschen von lösen, dass man sagt, naja, ich gebe ja keinen Ratschlag, sondern ich teile einfach nur, was ich da mache. Nimm's oder halt. Und probier's, mach's irgendwie anders. Genau. Ja, das ist auch der Disclaimer dafür, glaube ich. Genau. Works on my machine. Ja, ja, your mileage may vary. Um dann im Englisch, im Deutschen zu bleiben. Boah, das verwirrt mich immer total, wenn ich RP spiele. Wir sprechen da ja Englisch, aber eigentlich sprechen wir ja Deutsch, aber sagen soll ich, dass wir Englisch sprechen. Meine Fresse, verwirrt mich das. Was ihr sagt, ihr sprecht Englisch, aber ... Naja, GTA findet ja in San Andreas, Los Santos statt, und da wird ja nicht Deutsch gesprochen. Da kannst du ja nicht sagen, auf gut Deutsch eigentlich. Das ist ja schon ein Fail. Das ist ja schon ein Fail. Ja, oder ich verstehe dich nicht, sag's doch mal auf Deutsch oder so. Das geht halt nicht, weil da spricht keiner Deutsch dort. Okay. Ja, wenn du das ernst nimmst, Hardcore-RP ist Hardcore-RP. Da ist der Lore das Vorgebende. Oh Mann. So, dann hab ich eine Frage an dich, hab ich mir noch notiert. Ich glaub, dein Cursor ist da schon drauf. Ja. Was ist denn jetzt hier mit GeForce Now? Wir haben darüber geredet in der Folge. Genau, ich bin auch an dem Abend sehr schnell heimgefahren, hab die Kinder ins Bett gebracht, hab einen Rechner angeworfen, hab GeForce Now installiert. Das hat auch alles super geklappt, hab mich eingeloggt und hab dann mit Ernüchterung festgestellt, dass ich auf einen Countdown gesetzt werde. Klar, wenn du kein Geld dafür ausgibst, dann ja, natürlich. und nach jetzt ein paar Tagen, wo ich das gemacht hab, das ist ein abgekatertes Spiel, weil, weil, also klar, ich würde das ja auch so programmieren, muss man ehrlich sagen, aber es ist ja tatsächlich so, du wirst halt immer auf diesen Countdown gesetzt und wartest halt deine, es ist so an dieser, Du bezahlst dafür nicht, du bekommst es für, ich weiß, du siehst nicht mal Werbung auf dem Countdown, ne? Ja, ja, ich weiß, aber bei mir ist es dann meistens noch so, bis der Counter abgelaufen ist, mach ich irgendwas anderes. Ja, ich hab den nie gesehen, tatsächlich. Ich hab den, echt? Okay. Ich hab noch nie die kostenlose Version probiert davon, ich hab immer dafür bezahlt, auch Stadia oder so, ich, ich, ich möchte das, äh, so wie sie sich das vorstellen und der Preis ist ja so absurd niedrig. Was kostet ein Monat grad bei GeForce Now? Ich weiß es gar nicht. Die waren jetzt nicht ganz billig, aber das war jetzt keine Ahnung. Ich hab ja jetzt noch dieses, ich hab, ich hab ja schon wieder dieses komische Founders-Irgendwas-Paket. Ja. Das bekommt man nicht mehr und ich hab, ich hab, ich hab das, bei mir kostet es, glaube ich, sechs Euro im Monat, das GeForce Now, was nix ist eigentlich, wenn man es mal rechnet. Zehn waren sie jetzt. Also bei, leg Priorities. Leg mal die zehn Euro hin. Hier, Leute, geht mal auf Patreon und schickt dem, dem Andreas mal das Geld für den Podcast, dass er, dass er mal die zehn Euro hat, das auszuprobieren. Also sie haben eine fiese Schwelle, ne? Also es ist, wenn du wirklich zocken möchtest, dann wartest du, aber nur zum Ausprobieren ist es einen Tick zu, das Warten? Tick, tick zu lange, ja. Naja, das kostet echt viel. Ich sag dir, was die hätten machen müssen, aus meiner, ja, aus meiner Sicht, die ersten drei, vier, fünf Mal zocken, ohne warten, instant. Ja, da macht sich jeder einen neuen Account. Das heißt aber, dass sie die Zügel anziehen müssen bei der Verifizierung von deinem Account. Und das, das ist dann eine zusätzliche Hürde. Weil was sie dann machen würden ist, oder machen müssten, aus meiner Sicht, dann müssten sie deine Kreditkarte gleich beim Anmelden für kostenlos abfragen. Und das machen sie ja nicht. Also, hast schon recht. Also wäre eine Möglichkeit, das so zu machen. Aber du bist ja eh eingeloggt, Du loggst dich eh mit deinem Account ein. Du hast ja einen neuen Account. Das sind zehn Adressen. Also, du meinst jetzt mit deinem Steam-Account? Dann hast du ja dasselbe Problem, ne? Du, ich habe ja an dem Abend, ich habe ja eh nochmal so ein Aha-Moment gehabt, an diesem Abend, nachdem wir das GeForce Now installiert hatten. Ich habe ja mal konsolidiert, was ich alles so habe. GeForce, also, ja, Nvidia, Steam, ich habe noch zwei, drei gefunden, hier. GOG gibt es noch, Origin, EA, irgendwas. Origin hatte ich noch gefunden, EA hatte ich noch gefunden, Ubisoft gibt es noch, Ubi, Xbox, alle mal miteinander verlinkt, ja. Und weißt du, was hinten rausgefallen ist? Die ganzen Spiele, die ich habe. Ja, ist eine Menge, die mir, die mir anscheinend gehören, also, nee, die gehört eine Lizenz zum Spielen. Ja, ja, die Lizenz an Spielen, Unmengen an Spielen, wo ich noch nicht mal wirklich Geld dafür, also, die waren mal irgendwo vielleicht dabei oder so, oder die gab es mal, oder hast du mal geklickt, wo ich gar nicht wusste, dass ich die habe. Auch ein paar gute Sachen dabei, also fünf, sechs Spiele, die in der Liste sind, kann ich auch spielen bei GeForce Now. Ich wollte gerade sagen, es fängt das Semester wieder an. Wir hatten ja in der Klausurphase und da war das alles jetzt ein bisschen anstrengender, weil viele, viele Studierende und, aber während dem Semester ist es ein bisschen ruhiger, also abends, und dann habe ich da wieder ein bisschen mehr Zeit in der Freizeit. Und dann rate ich dir, wenn deine Zeit was wert ist, dann kannst du, genau, kannst du überlegen, ob es mehr oder weniger als zehn Euro wert ist. Also, ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ich spiele ab und zu mal, wenn die Zeit ist erlaubt, auch sowas wie, weiß ich nicht, gerade jetzt auf der Galaxy spiele ich gerade und dann hast du halt alles auf elf, alles auf ultra und es ist so toll und du hast keinen Rechner, der heftet. Wenn du dir das umrechnest, was weiß ich, neue Xbox kaufen oder so oder auch ein Spiel, also schon allein ein Spiel kaufen, bis gerade bei so einem AAA-Game immer noch 60 Euro, mehr nur 70 Euro, je nachdem, was das ist. Also von daher. So, ich sortiere mal hier um, weil wir sind, wir haben heute, haben wir ein bisschen überlängig. Ja, hat es ja ein bisschen angesprochen, aber wir schieben ein paar Themen einfach fürs nächste Mal und dann gucken wir, dass wir mal noch die Folge mit dem Philipp aufnehmen. Ja, genau, das ist ja jetzt ausgefallen wegen dem, was du am Anfang erzählt hast. Das ist halt einfach zeitlich, muss man halt ein bisschen koordinieren. Philipp, wir sind unterwegs, wir eilen. Ja, ja, wir arbeiten, die Kinder sind alle wieder gesund und so. Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Zwei Sachen habe ich eigentlich nur noch. Machen wir das ganz kurze. Ich weiß nicht, siehst du oft, wenn iOS irgendwelche Applikationen bei dir updatet? Nicht mehr. Ich hatte früher, hatte ich die immer von Hand abgedatet, dann war das nervig. Dann gab es dieses Auto-Update und bei mir ist das ja so, das Telefon liegt ja abends einfach und lädt. und gefühlt daten die sich halt ab und dann sind die irgendwann aktuell. Naja, dieses irgendwann, also manchmal drücke ich dann doch auf diesen, ich hätte gerne jetzt das Update, also besonders, wenn ich Fehler gefunden habe und dem Entwickler gemeldet habe. Und da gibt es eine Möglichkeit, die Reihenfolge zu priorisieren. Okay. Weil ich kenne nur Folgen, also wenn sich mal mehrere updaten und ich will auch gerade was machen, dann ist es so oft so, dass du kannst dich ja anhalten. Also drückst du einmal drauf. Ja, genau. Aber da kannst du sie nicht mehr starten. Du kannst sie nur anhalten, aber du kannst sie dann so lange nicht nutzen, bis es geupdated ist. Genau. Dann musst du warten, wann ist das eigene geupdated und das ist so dann manchmal tatsächlich extrem ärgerlich. Genau. Und du kannst da lange draufdrücken und dann gibt es einen Menüpunkt, der heißt Prioritize Download. Du kannst den priorisieren. Dann sagst du dem Betriebssystem, hey, die Dinge hier, das brauche ich mal schnell. Mach mal. Geht. Und du kannst den dort auch abbrechen. Also du kannst dann einfach Cancel machen und dann kannst du die Applikation wieder nutzen. Mhm. Also mir ist aufgefallen, dass das wenige Leute kennen. Deswegen erwähne ich, dass es das gibt. Ja, das Abbrechen habe ich auch noch nicht gekannt. Das ist tatsächlich nervig, gerade wenn du die größeren App oder, kennen Sie das, du startest den App, den, den, nicht den App, den Download, wenn du noch im Netzwerk bist. Genau. Und dann bleibt das stehen, weil das Ding zu groß ist. Und du kriegst es auch nicht. wo es nur Edge gibt, zum Beispiel bei mir direkt vor der Haustür. Also ich gehe raus aus meinem WLAN und bin dann direkt im Edge-Netz drin. Oh Mann. Und das war es dann, ne? Ich bin jetzt ja sogar 5G mittlerweile vor meiner Haustür. Nee, nee, ich wohne in so einem, also es ist echt, also im Haus habe ich WLAN und 4G und einen Schritt vor die Tür habe ich nur noch Edge. Und das für ungefähr 600 Meter. Das ist echt traurig. Also JWD. Kennst du? Ja. Ganz weit draußen. JWD. Ganz weit vor der Stadt. Genau. Und dann habe ich den Punkt abgehakt, iOS-Updates priorisieren. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Da hat mich der Philipp wieder daran erinnert. Auf Twitter hat er sich ein Netzwerkkabel bestellt in der korrekten, oder wollte sich bestellen in der korrekten Farbe. Zyran. Und bei Zyran denke ich immer an einen ganz bestimmten Podcast, wo dieses Wort Zyran sehr exzessiv und ausgiebig verwendet wird. Auch die Farbe. Und der Podcast heißt Puerto Partida. Kennst du den? Hast du den schon mal gehört? Nein. Nein, komplett neu für mich. Okay, und das ist was, was ich dir für deine Kinder, ich habe keine Ahnung von Kindern, aber das würde ich denken, dass Kindern besonders viel Spaß macht und du auch mit Kindern hören kannst. Weil. Das ist eine, also erstmal ist dieser Podcast schon komplett gelaufen. Und ich erwähne das deswegen, weil es eine zeitliche Relevanz hat. Es gibt einen sogenannten Re-Listening, ein Wiederhören-Event. Und seit dem 16.01. dieses Jahres kommt jeden Sonntag eine Folge raus. Wir sind jetzt bei der 8. die schon draußen ist. Von Anfang an. Und es gibt, glaube ich, vier Staffeln oder so davon. Okay, ja. Der, das funktioniert ungefähr so. Stell dir vor, es ist eine Insel. Auf der Insel gibt es Einwohner, die dir wohlgesonnen und nicht wohlgesonnen sind. Und die stellen dir Rätsel. und im Grunde, wenn du auf dieser Insel Bruch landest, also du bist ein, es gibt Spieler, die da sozusagen mitspielen und einen Spielmeister, der das Spiel führt und du als Spieler landest dort, das sind meistens irgendwelche Zuhörer, andere Podcaster, landest dort auf der Insel als Schiffbrüchiger, Flugzeugabgestürzter oder sonst irgendwas. Und das Einzige, was dich vom sicheren Tod bewahren wird, ist, dass du Bürger dieses Staates, Puerto Partida, dieser Insel wirst. Und damit du Bürger werden kannst, musst du Aufgaben und Rätsel lösen. Also wirklich solche Rätsel, die man, Logikrätsel und sowas. Und da kann man mitraten, während der Podcast, während der Gast sozusagen, der Spieler das macht. Und die Figuren, die der da trifft auf dieser Reise, die sind super gesprochen und super gemacht. Es ist auch wirklich hochprofessionell produziert. Es ist ein großer Spaß und ich glaube, das ist auch ein großer Spaß, wenn man das in der Familie hört. Und weil es das eben schon komplett, also ich hatte den ersten Durchlauf so halb mitgehört, ich habe ihn noch nicht komplett gehört, die komplette Sachen, die komplette Staffeln. Aber es ist eine gute Gelegenheit, jetzt mit einzusteigen, die acht Folgen jetzt schnell noch nachzuhören und dann mit der neunten Folge am kommenden Sonntag weiterzumachen. Und mich würde wirklich interessieren, was du davon hältst. Die haben natürlich auch einen Discord, aber Puerto Partida Re-Listening ist wirklich toll. Es ist auch viel Material, super produziert. Also mir macht es einen Heidenspaß. Ich höre mir den definitiv mal an, weil ich habe momentan das Problem, dass meine Podcastliste eigentlich ganz oft momentan leer läuft. und ich habe so Phasen, wo ich tatsächlich Zeit habe, wo ich die einfach nebenbei laufen lasse. Ja. Und dann bist du irgendwann in der Mitte von der Woche und leer. Nichts mehr da. Und du suchst verzweifelt nach einem neuen Podcast. Und da schaue ich mir den mal an oder höre mir den besser gesagt mal an. Genau. Und auch wirklich, also nochmal mit der expliziten Empfehlung für, wenn das deine Kinder interessiert, ist das bestimmt toll. Und es ist auch wirklich gut gemacht, so dass man da mitkommt. Also da gibt es dann auch immer ein Rätsel bis zur nächsten Folge und so. Und das, also ich fand den wirklich immer sensationell gut. Die war nochmal für den 2016. Ich lese es gerade für den Grimme-Online-Award nominiert. Grimme-Online-Award nominiert. Genau. Also das war wirklich, wirklich gut gemacht. Ja. Genau. Also Puerto Partida, also tolle Musik und die machen auch alle schönen Namen. Genau. Das ist vielleicht so, so, so mein Beitrag zu dem, äh, Krisenbewältigen. Weil das gibt halt noch Dinge, die sind nicht ganz so schrecklich. Die sind gute Nachrichten. Da kann man sein Hirn trainieren. Hat da ein bisschen Spaß dabei. Also, ja, vielleicht nicht ignorant, aber dann doch irgendwie vielleicht auch mal, gibt da noch was anderes. Und das findet gerade statt. Kann ich sehr empfehlen. Aber da verlinken wir auf jeden Fall die Website. Ja, die Webseite ist, es gibt auch eine Puerto Partida Wiki. Das kann ich vielleicht sogar noch, äh, kann ich vielleicht sogar noch mehr empfehlen. Ähm, genau, das Puerto Partida Wiki, da sind die ganzen Folgen auch aufgelistet, bis zu einem bestimmten Stand. Äh, ja, einfach mal durchgucken. Das ist auch die ganzen, da gibt es auch Klingeltöne zum Download zum Beispiel. Äh, und da ist auch gleich auf der ersten Seite Zyran erklärt. Ja. Gleich im Wiki. Spannend, wie oft, wie oft. Kommst du, Jörn? Doch, recht vorkommt. Genau. So. Ich soll nicht so oft so sagen, hat meine Frau gesagt. Dann habe ich erst mal 50 Mal so gesagt, im, im Stream, als ich das, als sie mir das vorher gesagt hat. Du sagst die ganze Zeit so, sag doch nicht die ganze Zeit so. Das Erste, was ich mache, Stream an. So. So. Ja nun. Okay, das ist auch so ein Ding. Genau. Das gibt, ja nun, ja nun ist auch so ein Ding, oder ist das so, ähm, oder? Das sind ja so, ich sag's wie es ist. Füllworte, ne? Und ich hatte vor kurzem mal, also schön, dass du es ansprichst, ähm, weil ich vor kurzem so ein, so ein Ding gelesen hatte, oder gesehen war das sogar, wo, wo das von einem Trainer auch erklärt wurde, ne? Und ich weiß nicht, ob da das unterschiedliche Meinungen gibt, aber man, man soll das nicht machen und also auch gerade trainierte Sprecher und, und diese Ähs und hm und irgendwas. Und dann hatte ich was gelesen, da stand drin, eigentlich ist das ein, Achtung, halte ich fest, ein Zeichen von Intelligenz. Weißt du nämlich warum? Was? Weil du nachdenkst, ne? Dein Gehirn braucht, braucht, braucht einen Moment. Ich glaub, das, das haben sich Leute, die viel so sagen, die haben sich das zurechtgelegt, um das als Zeichen ihrer überragenden Intelligenz äh, gelten zu lassen. Eieiei, da weiß ich jetzt aber auch nicht. Zeichen für Intelligenz. Aber es ist ganz unterschiedlich. Du, ich hab, ich hab Tage, da, da plappert was vorne einfach so raus. Ja eben. Es gibt, gibt auch Tage, da stehe ich im Hörsaal, und da ist jedes zweite Wort. Äh, so. Obwohl ich die Vorlesung schon ganz oft gehalten hab. Ja, aber wenn das ein Zeichen für Intelligenz ist, dann die armen Aliens, die das dann bewerten sollen. Die sind intelligent, worauf haben sie das festgestellt? Die sagen oft, oh, und so. Oh, und so. Das war ja schon ein Teil von der, von der Aftershow. Das lassen wir drin, ne? Ja, natürlich lassen wir das drin. Ja. Lassen wir auf jeden Fall drin. Genau, dann würde ich sagen, haben wir es, haben wir es im Sack für dieses Mal und hoffen das nächste Mal auf, dass du eine Tastatur bekommst. Es muss nämlich auch aufgeklärt werden, was denn da, was denn da jetzt besonders releast worden ist. Da bin ich, hab ich nicht nachgeschaut. Ja, ich hab nachgeschaut, total cool, aber ich erzähl nichts davon, was der Philipp da releast hat. Ansonsten hat er wohl für mich eine Tastatur zusammengestellt, die ganz cool wäre. Er kennt die, die Millionen Euro Tastatur. Er kennt die wichtigen, wichtigen Faktoren. Leise, RGB. Ja, Licht, ich wollte gerade sagen. Da muss auch was leuchten. viel Licht. Und sind wir mal gespannt und hoffen, dass es demnächst mal klappt und dann haben wir auf jeden Fall die Folge noch mit ihm. Und wir gucken, ob wir, ich hab ab nächster Woche, glaub ich, wieder so eine regelmäßige Möglichkeit. Oh ja, das kommt bei mir bestimmt auch demnächst. Mit den Regelmäßigkeiten, weiß ich noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie sich das so anlässt. So nach zwei Jahren, wie viel unproduktiver ich sein werde, wenn ich jetzt dann eine Dreiviertelstunde und dann eine Dreiviertelstunde zurück zur Arbeit fahren soll. Bin mal gespannt. Möchtest du wieder, oder? Ja, das endet ja jetzt demnächst, so Ende März. Es endet die Homeoffice-Pflicht, wie das so heißt. Was dir natürlich einschlägige Arbeitgeber zum Anlass nehmen, aus der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten ein. Du musst aber jetzt eine Büropflicht zu bestimmten Zeiten. Bin ich auch sehr gespannt. Also wir haben auch gerade heute gesprochen. Also sehr spannend eigentlich, weil es einfach in die Thematik reinpasst. Wir haben darüber gesprochen. Also Lehre ist einfach Präsenz. Präsenzlehre ist anders als online. Das merkst du auch einfach. Ja. Keine Lehre. Kann ich reingucken an, dass das machen. Nee, ist auch bei mir so. Also ich will das jetzt nicht so negativ stehen lassen oder überhaupt nur negativ konnotieren. Es ist schon so, dass man produktiver ist mit Menschen, wenn man... Genau. Aber es gibt manche Dinge, wo ich sage, die kannst du online super machen. und dann schreibe ich immer Kick-Off-Termine mit Betrieben, wenn wir Abschlussarbeiten betreuen. Und die haben wir oder habe ich vor der Pandemie immer hier gemacht. Ich habe die eingeladen in die Hochschule, man hat die getroffen, kennengelernt, etc. Wenn man sich das mal überlegt. Also ja, es ist schön, wenn du die Menschen triffst und persönlich kennenlernst, aber das im Endeffekt vielleicht für eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde Gespräch. Ich habe jetzt in der, in der, sag ich mal, Pandemiezeit extrem viele Arbeiten betreut. Einfach auch, weil die Studierenden die will man dann nicht unbedingt wegschicken. Das heißt, ich habe ein paar mehr, als ich eigentlich machen musste. Einfach freiwillig betreut. Und dann ging halt das mit dem Hin- und Herreißen ja auch nicht. Und dann habe ich einfach gesagt, Leute, lassen Sie das in der Zeit online machen. Das funktioniert so gut, auch für die Firmen, dass ich gesagt habe, solche Kick-Off-Termine mit dem Student, mit der Studentin, mit dem Betreuer, der Betreuerin, das machen wir zukünftig einfach immer online. Ja. Weil die sparen sich, dass aus der Firma wegfahren. Du siehst die ja trotzdem. Die machen nämlich alle ihre Kamera an. Die haben alle kein Problem damit, also machen die Kamera an. Da lernt man sich kurz kennen. Man sieht die, man hat ein Bild im Kopf von den Leuten. Man hat denen mal die Stimme gehört, von denen die Stimme gehört. Und super Geschichte. Und vor allem geben ja inzwischen die Tools und die Server das alle her. Ja, die hören aber auch Ende März nicht damit auf, habe ich gehört, das herzugehen. Ja, deswegen finde ich, ich finde das ja, es gibt ja tatsächlich einen rechtlich, arbeitsschutzrechtlichen und einen steuerlichen Grund, warum man das macht, warum man die Leute in die Büros zitiert. Weil ich weiß nicht, das hast du ja bei der Steuer angeben müssen. Wo ist denn dein Arbeitsplopunkt? Und wenn der plötzlich nicht mehr im Büro ist, dann verhält sich das steuerrechtlich anders und dann hat es Implikationen für deinen Arbeitgeber was zu tun. Und das ist ja auch der eigentliche Grund, warum man jetzt wieder ins Büro zurückgeholt wird. Oftmals, also jedenfalls ist das bei Arbeitgebern, die ich so kenne so, die sagen eigentlich, eigentlich hat es gut funktioniert, aber wir müssen ja, weil da gibt es diese Regelung und wenn wir es nicht machen, wenn wir die Leute zu Hause arbeiten lassen, dann bedeutet das, wir müssen da Telearbeitsplätze und irgendwelchen Arbeitsschutz, da muss einer vorbeikommen am Ende noch. Du kennst ja den deutschen Staat. Ja, ja, und du musst bestimmte Dinge auch bereitstellen und da musst du auch klären, was ist ein Arbeitsunfall? Also ich kenne die Problematik auch von früheren Arbeitgebern. Was ist denn eigentlich, wenn du dann, also wenn du dann auf so Toilettengang machst, also auf den Weg stolperst, aber wenn du dann in die Küche läufst, um dir einen Kaffee zu holen, bist du halt nicht versichert. Es sei denn, es ist die Kaffeeküche beim Arbeitgeber. Ja, das ist wirklich nicht einfach. Also dann kannst du dir noch die Kaffeemaschine auf den Schreibtisch stellen, dass nichts passiert, aber was ist dann, wenn du dich verbrüßt? Also ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte. Aber ich meine, wir lachen jetzt, das hat so richtige Implikationen. Also ich zum Beispiel werde, ich habe hier zwei Monitore, Notebook, Netzteil und so ein Zeug, für die Pandemiephase mitnehmen dürfen, gestellt bekommen für zu Hause. Das werde ich auch weiterhin zu Hause haben. Ja. Die darf ich jetzt in der Kalenderwoche 23 oder 24, darf ich die einpacken und zur technischen Überprüfung schaffen. Ach nee, echt, ja. Ja, aber ich meine, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil das interessiert sicherlich auch meine Hausratversicherung, wenn das Haus abgebrannt ist. Ja klar. Woran das gelegen haben könnte. Ja, ja. Und wenn das jetzt. Ja, ja, ich kann mir gewisse Schmunzeln nicht, nicht verhören. Ja, das wird dann schwierig sein. Nicht schwierig, das wird interessant. Ich hoffe, das wird nie passieren. Genau. Ich schicke dich dann eher, ich habe noch diese 3D-Mini-Metro-Map gefunden und die Shownotes gepackt von Tokio. Die ist live. Und die hat Links auf Webcams und so, auch für unseren Kommentator, ist mit in den Shownotes drin. Das gibt es, dass das live ist und das ist, das ist wirklich so live. Ich habe da schon auf dem Gleis gestanden und in den Zug gesehen, wie er gekommen ist. Das ist wirklich, und es ist 3D. Es ist in 3D, das ganze Ding. Es ist nicht, es ist einfach nur so ein bisschen komisch, sondern es ist so richtig schick. Und es ist ziemlich komplex. Es ist ziemlich komplex. Da sind ziemlich viele Züge unterwegs gleichzeitig. Wenn Tag ist. Also es geht. Wenn man möchte, geht das. Ja. Er hält einem nichts von ab. Also tatsächlich auch so, dass in Tokio im Speziellen, die siehst du wirklich ja auch, wo der Zug ist und so. Ja. Na gut. Dann, äh. Tja. Ja. Dann sind wir durch. Sind wir durch. Bis zum nächsten Mal. Wir wünschen allen noch einen schönen Abend, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr. zugehört habt. Ja, Abend bei uns, bei mir gerade. Und hören uns dann das nächste Mal wieder. Hoffentlich nur mit guten Nachrichten. Ja, oder Nachrichten. Reicht ja. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020